keine ahnung ich kenne black dir nicht natürlich das heißt in der nähe erste liebe ist schon verkackt mit 14 15 15 entschuldigung ein kleiner gut da hast du so ein bisschen so auf der bleibe kommen ich war nur befreundet mit den typen und ein kumpel der bezahlt ist wie sollen wir das jetzt verstehen das machst du für sachen in diesem dorf wenn ich fragen vielleicht will er sagen die er hier stehen was von einem kumpel bezahlt wurde ich denke er ist so übertrieben überhaupt aber ist der neue charakter schon raus pokémon ja nein da kommt er erst in zwei tagen ok die fack mich ab mann erst mal den kumpel therapien dass man kondome benutzen soll ich darf nichts sagen weil die mama in mir kommt jetzt raus deswegen ich darf nichts sagen heute wie lange ich das nicht mehr gehört habe wie lange ist es nicht irgendwie so selbstverständlich ein kondom zu benutzen also nicht bei jedem kinder das hat nicht mal was mit mit geschwängern zu tun aber ihr könnt so viel scheiße da auf ich hab das alleine umgelegt leider guck wie salva einfach gar nicht darauf eingehen ich bin gerade voll aufs spiel fokussiert wo bleibt die vorbildfunktion hallo jasmin oh jasmin wie geht's wie geht's wahnsinn nicht gut warum was los das ist so typisch von ihm das ist aber von uns von italienischen geklaut worden was kann nur von mir kommen ist die frage wie lange er es mit uns aushält zuerst was cyber mobbing am start gegen cyber dann die musik dann kommt irgendwas drittes noch hinzu selber wird heute ein verkaufs genommen auf jeden heute alles gut dass mir machte kann so machte kein stress wieder zwei voraussetzungen aufgeschossen dann sollten wir in meinem party auch nicht mal spielen dann wirst du ja dann komm nicht in discord weil sie hat noch halsschmerzen er möchte einer vielleicht mit spielen ich hab's ja noch platz hier die münge mit warum er bringt die johmalle bläckte und dann wieder Ich weiß doch Kling von der Klingel. Oh, Pixel! Hi Pixel! Kralle. Ey, das Spiel macht echt mega Spaß. Was, Anime Party? Der Blackty hat Black Anime Party. Ich weiß, er hat mir das schon ein paar Mal gesagt. Gut, Janne. Ich will bitte noch mal. Love you. Love you. Ja, es sieht so an sich, ist echt schön. Ich hoffe. Noch schöner, wenn viel mitsingt. Bibi, lädst du Janne noch mal ein? Mach ich, mach ich, mach ich. Ich hab's dir gerade eben eingeladen, oder? Warte mal kurz. Warte mal kurz, ich muss mal kurz was schauen. Ja, ich kann mit dir leider nicht langspielen, das ist ja das Problem. Ich will nicht mit Cyber spielen, weil er mich kritisiert. Ich geh gleich mit dem zweiten Account rüber und dann kann ich sie hochziehen. Ja, somit mein Smurf-Account. Er wird dich kritisieren, Jana. Er macht das immer. Ach Bullshit. Kommt doch gar nicht. Das stimmt. Und dann lügt er und sagt er, du spielst wie eine Maschine. Hm. Ich bin auch eine Maschine. Dann sagt er, du würdest mit Dekate kritisieren. Biene Maus, hat ihr löschen. Schön, dass du da bist. Ja, ich bin echt froh, dass wir gerade mit Dekate kritisieren. Mit wem soll ich jetzt spielen? Ich weiß nicht. Fynn, was sagst du zu dem Kommentar von Black D? Zu welchem? Was hat er geschrieben? Panda ist ein ganz Lieber, hab ich gehört. Erik. Wo hast du das denn gehört? Wo hört man das denn so? Seiner Stimme. No F-Account. Oh. Bitte. Bibi. Bleiben Sie da. Da war ein Kapper hinter dir. Handgepixelt für den Look. Normal, das ist aktuell entspannter. Oh, Spice Girl. Philipp Mann, du kommst damit wirklich mit Songs an. Er kommt mit den besten Liedern überhaupt. Naja. Ja. Hau raus. Oh Gott, ich hab mich verknockt. Ich hab ein Haar in dein Armband verknotet. Wie dumm bin ich. Eieieiei. Lecker. Okay, da bin ich jetzt enttäuscht, wenn du so unkonzentriert bist. Da will ich jetzt keins mehr haben. Ist die Musik laut genug oder ist die leise die Musik im Stream? Warum musst du so schreien? Wir hören dich. Ja, ne. Wie bitte? Er ist gestorben. Er macht mich fast. Laut genug, okay. Sehr gut. Wir hören dich nicht, Halber. Du musst ein bisschen lauter reden. Du hörst mich nicht? Hallo? Hallo? Ich hab Marcel schon wieder. Oh, nee. Tschüss. Einerseits würde ich dir jetzt empfehlen, nächsten Sommer mit uns in den englischen Garten zu gehen. Aber andererseits wird es wahrscheinlich wegen mir ultra peinlich sein, weil ich dann teilweise betrunken ultra peinlich bin. Tschüss. Allein deswegen würde ich nach München kommen, was sie sagen. Haha, Geschichten aus dem Paulanergarten. hey schon mein stick ist einfach nur für den arsch du wolltest doch einen neuen controller kaufen er will vieles schon diese länder die triggern mich immer wieder ich kann nicht mehr ich kann so nicht spielen das funktioniert nicht das funktioniert nicht beste Lieder nur die von Black Deer sind halt losgenommen die sind episch von ihm er redet auch so er redet noch bayerisch versteht das problem nicht gibt es auch kein problem wo sollte das problem sein keine ahnung wo das problem sein soll ich rede ich rede auch nicht mit französisch mal luxemburgisch ich finde das aber sexy welchen der französisch oder der luxemburg ich habe wieder den einen auf den anderen ich finde es irgendwie cool dann Europa so dass man da so teilweise so bi oder multilingual aufwächst also wir ich lebe hier ein luxemburg und wir ähm bettos ja mein luxemburger boy wie viel sprachen lernen wir hier vier ne ja also deutsch französisch luxemburgisch englisch wir haben noch viele die lernen spanisch russisch portugiesisch italienisch ja es ist dann so dass es egal welche schule also gibt es dann bei euch eigentlich sowas wie hauptschule realschule und gymnasium oder ja ja aber du lernst überall dasselbe dann lernst du dann quasi alle sprachen durch dann oder wie ja 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 ich glaube da reden die größtenteils französisch aber das oder? und die europa schule reden sie größtenteils ähm englisch ja ich hab auch privat schule das ist jetzt nicht so wie in der schweiz wo es dann quasi je nach ähm karton ähm nein französisch italienisch und deutsch dann ist egal wo du wohnst wenn du in so einem normal also nicht in europa schule und dieses französische gymnasium gehst lernst du diese sprachen ja ok ist ja cool vielleicht sollte ich mal nach luxemburg ziehen die tür ist offen nur hier wird sehr viel französisch geredet ja außer du gehst an die grenze von gräfermacher das ist an der deutschen es hängt davon ab boah gräfermacher brauchst du verloren von selbst französisch dünner gehst weil die sätze wirklich mehr wert aber ich soll dir das noch passieren die 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 ja ja das ist baguette das stellt man irgendwie so baguette aber ich würde euch aber nicht schlag doch einfach im duden nach genau geh auf die website vom duden aber ich würde euch Frankreich äh momentan nicht anraten aber jetzt erschreibt es wirklich so wie man es geht ich glaube es nicht ein Wieser Floor hat Mewtwo fertig gemacht ja gut wenn auch wenn der Charakter gut ist wenn der Spieler scheiße ist dann ist der Charakter auch scheiße ja ja aber aber Pixel hat recht das ist voll Mais jetzt kommen die ganzen so wird es geschrieben ja erklär dem Franzosen wie das geschrieben ist ja eierisch denn Baguette so wie man es schreibt dann halt echt? mein Stick nervt mich kann sein ich weiß es nicht Baguette Baguette mit K Baguette ha 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 da re die japaner ist unwichtig der stream von pandas eigentlich so mehr so nebensache gleich stoff und hier was gleich stoff wir sind eigentlich die hauptattraktionen pandas team ja nicht der panda selbst er ist so jetzt plattform ja macht mich wahren ja sie schau sie schon gern gern hier eigentlich nur die musik Danke für das Beste. Es ist wichtig und wichtig, dass Ponder legt. Mach das Mewtwo da bitte. Vom Lied gibt es da eine Bayerische Vision. Ich hoffe, er hat Discord nicht auf. Was? Ich hoffe, du siehst uns nicht auf der Cam, oder? Ja, ne, das ist... Du musst nicht sehen, wie viel wird ich hier abgeben. Wir wollen... Wir wollen... Wir wollen... Wir wollen... Ihr seid nicht normal, ey. Ihr seid definitiv nicht normal, Labeine. Wir fühlen das Lied. Wir wollen dich dran, Black Deer. Gewöhn dich dran, Black Deer. Kein Labe. Kein Labe. Hilfst. Alter, Mann. Wieser Flo macht so viel Schaden, einfach. Komm, gib alles, Phil. Ich möchte euch hier noch mitspielen. Nein, danke. Du, los. Pixel, komm. Du hast doch das Game auch. Wie negativ. Negativ. Das kann ich auch mitspielen, Phil. Übertreib es nicht mit dem Rauch, ne? Ich glaub, ich sollte echt DJ werden. Und das hab ich früher gerne gemacht. Das Lied ist bestimmt vom Pixel. Heiße! Das Lied ist doch aber mega. Ultrageil. Oh mein Gott. Das hat Philipp. Ja, das ist von... Oh, sie war auch noch da. Mit seinen Fängern. Ja, so kann man es auch nehmen. Ja, wieder. Ja, wieder. Ja, wieder. Eingreffende Verstärkungsanfänger. Ich sag, wir machen langsam mit dem Rauchen. Was macht der noch nicht? Ich brauch doch ganz normal. Du hättest noch 8 Minuten. Du hättest noch 8 Minuten. Du hättest noch 8 Minuten gehabt. Du hättest noch 8 Minuten gehabt. Ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Guck mal leid. Nein, nein, sie achtet auf meine Gesundheit, Silver. Mir liegt seine Gesundheit am Herzen. Stellt euch vor. Das muss sein. Das ist ein guter Musikgeschmack. Ja, die blankt die auf den Pixel. Die könnten sich wirklich gegenseitig die Hände schütteln. Die sich die Hände geben so. was du jetzt wieder denkst anständig ich bitte dich er hat selbst daran gedacht hätte er sich nicht verbessert im satz doch da haben sie ja das auf jeden fall er muss ja nicht auf mich hören wenn er nicht will na scheiße man ich hab die falsche Seite am drin oh henox das würde ich jetzt nicht so behaupten also wenn ein Mensch dich wirklich gern hat oder dich liebt ja da bin ich wieder schön diese Lieder die triggern mich selbst ja schon ich höre immer auf andere ja fühle ich ich sehe du hast gerade deine eigenen E-Mails gleich wieder da mal besser ja das ist gut mach dir keinen Stress mach dir keinen Druck ist doch perfekt sobald er ihn ausgehändigt wird geben sie ihn mir dann holen wir die Waren und kriegen alle ein Goldsternchen für unsere Leistungen ist doch gar nicht kompliziert ich stecke am Helipel fest viele Scharfschützen meine ganze Einheit wurde ausgeschaltet das Problem alle beste Freundin ist im Chat hi Alessandra Oh, meine Zahnrester. Verlierlöschchen. Aber fang cool. Ey, der steht auch hier. Dahinter, hinter dem Zahn. Ey, der ist so stark, Mann. Mit dem muss ich auch mal wieder spielen. Oh, meine Zahn. Das Lied, das Lied, das Lied. Schaut auf, Wille muss da heimlich lachen. Da muss da heimlich lachen. Sehr lieblich, du findest es auch nicht witzig. Ich finde es irgendwie unterhaltsamer, dass du halt irgendwie, sag ich mal, Hasskicks schiebst du in die Richtung. Mir ist das richtig unangenehm. Ich schöre dir auf alle, was man macht. Aber das Lied schon, der ist schon auch geil, so. Sag mal, wenn du den Text doch verstehst. Der neue Zuschauer wird sich dann aber auch denken, ja, das passt doch gar nicht zu dem Typen. Der gerade Pokémon spielt. Ja, eben. Wilde Kombi einfach nur. Wir können jetzt alle seine Schienen. Es fehlt halt wirklich nur noch das Seilbeintracht streamt. Kim, du stehst auf Tracht, oder? Ich kann nicht mehr, das Lied. Ich stehe auf selber. Das Lied, das Lied triggered me. Ich kann nicht mehr. Das Lied. Das Lied, bitte. Ich habe leider keine Hosen, Lederhosen mehr. Du hattest mal eine Lederhosen? Ja, natürlich. Ich kann es mir bei dir gar nicht vorstellen, dass du jemals eine Lederhosen besessen hast. Warum? Keine Ahnung, weil du so, was Mode betrifft, so sehr eigen bist. Ich habe meinen eigenen Style. Das ist doch ein Troll-Stream. Das ist doch ein Troll-Stream. Wie bist du? Hi, 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 time. Spacetaxi to the sky. Sie haben mich wieder geflickt, Alter. Ich brauche wieder Urlaub. Ich brauche Urlaub. Urlaub von was? Sie haben mich wieder geflickt, Alter. Ihr habt mich da alle gefagt, Alter. Ich kann nicht mehr. Oh Gott. Da, Philipp, dein Song. Ja. Ja, das Bass Taxi war auch von mir. Sieht, wenn ich verzeih'n. Hütze gebaut. Nein, denn wie kann Blasen, wie kann Blasen, 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 Blasen. Handen und Füßen nicht ertragen. Tut mir leid, aber erfüllen Sie den Auftrag verstanden? Ich scheiße auf den Auftrag. Du meinst nicht gewöhnt. Ja, ich weiß nicht, Frau Brust. Ich kann nicht mal, ihr triggert, ihr, ihr fickt mich doch alle. Du meinst nicht gewöhnt. Ja, das sieht es ja nicht schlecht, aber die ganze Zeit, dass sowas reinkommt, Alter, bin da komplett überfordert. Die Kimpfeuer für Siebel. Schau mal, wie sie da tanzt. Das ist nicht mal normal. Die kann Blasen, 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 Blasen. Kann Blasen, 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 Blasen den Füßen nicht ertragen. So eng, 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 enge Spuren nicht gewöhnt. Da gebe ich dir recht. Weit, 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 weit. Nein, nein, Bruder, lasst mal gut stecken. Lasst mal stecken. Jetzt fickt es mich doch. Ich brauchst nur einen freien Slot. Das kam von meiner Schwester, das ist von einem Panischer. Das ist Panischer, das kann nur von meiner Schwester kommen. Ja, ich wusste, dass es... Sofort, ich hab sofort gewusst. Oh, Jürgen, 112, vielen, vielen lieben Dank für den Poller. Dankeschön. Willkommen in der Panda-Community. Das ist das einzige Lied, man hat meinen Schwester so feiert. Sie scheinen Schäfers Gefühle verletzt zu haben. Sehr gut, weiter Sommer. Dankeschön. Wir haben die beste Musik. Ich glaube, du bist die einzige, die gerade diese Musik feiert. Das ist Standard bei uns. Das ist Standard. Das ist sehr, sehr Standard. Und wirken des Pikachu. Erster guter Eindruck. Ist das dir nicht unangenehm, Salwa? Ich kann auch nichts dafür, ob ich jetzt die Leute so steuere. Weißt du, wer sie meinen? Du hast uns das twerkende Pikachu gegeben. Aber es ist dein twerkendes Pikachu. Ja, das ist mein Pikachu. Du hast es uns gegeben. Du hast uns die Macht gegeben. Ja, ist so. Ich hoffe, dass man sich hier auch wohlfühlt hat. Zwischen all den twerkenden Pikachus. Kommst du fast vor wie ein Swingerclub hier mal. Ja, jetzt muss der Philipp übertreiben. Kommt, Leute. Haut eins nach dem anderen raus. Ich frag aber nicht. Ja, Philipp übertreibt jetzt. Ich gucke uns nicht hier. Schau dir diesen sexy Hintern von Pikachu an. Aber so viele, ne? Ja. Das wird einem fast schon ein bisschen... ...schwindelig. Sofort werden jetzt zehn Leute anfollowen. Ich begleite sie diesmal. Willkommen auf Coney Island. Ihr gebt ergeblich die besten... Werbung? Auffahrung. Wegen. Wegen was? Warnung. Wegen Spamming. Er hat gespammt mit den Pikachu-Erschen. Ich hab doch bei mir da alles rausgenommen. Geradeaus geht es zu einem Safehouse. Unter der Promenade befindet sich ein Eingang. Das ist vorerst ihre Basis. Also keine Sorge, du wirst schon nicht gebannt oder so. Anni jetzt. Komm, Black Deal. Gib uns das twerkende Pikachu. Es ist so verwirrend, sie ständig anzugucken. Das sieht's. Das habe ich schon mal gehört. Das habe ich schon mal gehört irgendwo. Aber ich weiß es noch mal nicht wo. Oh, das feiere ich, Phil. Ich habe gerade eine Playlist mit Freunden durch und die haben da halt so... Die feiern halt so Schlagerzeug oder sowas halt auch. Oder so... So Mallemucke halt, sag ich mal. So was in die Richtung. Helene Fischer. Helene Fischer. Wie heißt das nochmal? Durch die Nacht oder mit Nacht? Atemlos durch die Nacht. Und dann hast du noch, ich finde immer dieses Fieber spüren. Herzklopfen. Der Wendler. Sie liebt den DJ. Dann den Wendler, Black Deal. Natürlich nicht. Ich lasse dich gehen. Ich habe eine Gruppe gefunden, die dich schüttet. Er wollte es doch hier. Wahrscheinlich die Leute jagen. Ich weiß schon. Das ist doch das Lieblingslied von Jana, ne? Hab ich gehört. Jana hasst Helene Fischer. Sie werden dich beschäftigen. Entschuldigung, Glüster. Hey, das sieht so geil. Er ist ganz komisch, Black Deal, mit dem Spammen. Keine Ahnung. Bestimmt ein Bug. Liebzig. Das ist schon wieder. Das ist schon wieder. Wir haben Arzt immer richtig Party hier drin. Das sieht uns gut. Das ist schon wieder. 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 Vielen Dank. Ihr seid es nicht normal. Boah, Pitting ist aber auch so, böse gesagt, am Arsch der Welt. Boah, Pitting ist aber auch so, böse gesagt, am Arsch. Boah, Pitting ist aber auch so, böse gesagt, am Arsch der Welt. Das glaube ich auch. Egal, Black Deal, falls wir irgendwann mal zu dir kommen sollten, dann erstellen wir eine Playlist auf Spotify und dann machst du die ganzen Lieder rein und wir machen unsere Lieder rein. Das wird die wildeste Kombo. Viel Erfolg, viel Spaß. Der macht mich wahnsinnig. Ja, sonst wäre es doch langweilig. Ja, macht mich wirklich kaputt. Nee, ich trink' mit kein Alkohol mehr. Ich trink' kein Alkohol mehr. Okay, ja, dann weiß ich Bescheid. Buonasera, buonasera. Tut ab, paust du, guck mal. Ich muss mir grad das Lachen verkneifen. Bändchen. So, abbaust du, guck mal. Ja, mir geht's sowas auch gut. Danke, danke. Wie du siehst, mal werde ich hier komplett getriggert von aller Feinsten. Mit dem ganzen Songs. Ja, auf der anderen Seite hab ich das vermisst, aber wenn man das so wieder, so wieder so sieht, weißt, denkt man sich auch, what the fuck, was geht hier ab? Boah, also sowas kann ich, ich kann sowas überhaupt nicht feiern. Schöne, solche Musik. Boah, darf ich bitte das Lied skippen? Boah, das macht mich aggro. Das macht mich echt aggro. Frag, magst du welche Musik? Stehst du auf sowas? Wer? Habt ihr die Musik feiert? Also das ist überhaupt nicht mein, das ist überhaupt nicht mein, überhaupt nicht mein Geschmack, überhaupt nicht. Da wird man ja aggro. Jetzt gäbe es bei Hip-Hop irgendwie nicht auch Musik, die einen aggro machen könnte. Ja, ich kenn deinen komischen Musikgeschmack, Phil. Allein schon, wenn du Haftbefehl hörst, da gibt's ja auch schon, also zumindestens, wenn man drauf steht, ja schon so Musik, die so einen motiviert, sag ich mal, so aggressiv zu sein, so, die einen so nach oben pushen. Okay, das ist, das ist angenehm. Da, Baloo. Bin wieder da. Komm, jetzt machen wir wieder rangeilen. Jetzt muss ich wieder reinschwitzen. Schau mal, wie ich reinschwitzen muss, dass ich schon komm. Komm, Kim, sing mit. Wahrscheinlich hast du voll die schöne Stimme, aber traust dich nicht, oder? Hauptsängerin. Das kann ich nicht beurteilen. Das halber sagt Hauptsängerin, also. Go, Kim, go, Kim, go, Kim. Komm, Ted, motiviert die Kim dazu, mitzusingen. BlackTier macht sich jetzt seine eigene Meinung so, weißt schon. Pass auf, sein Kommentar. Ich warte nur auf den Kommentar. Wir werden nicht unentdeckt hineinkommen, aber ich führe, wie so gut ich kann. Um zum Baseballplatz zu gelangen, müssen wir die Kartbahn überqueren. Passen Sie auf, die Bahn wird bewacht. Endlich, ja. Weil ihr euch liebt. BlackTier. Einer der einen hat Pikachu auf Gold. War lustig. Oh, Mammostein und Eisenbricht. Oh, lauter ist er. Hallo. Schön, dass du mal wieder da bist. Einerisches Funksignal. Angefangen hat. Sonder, Sir. Wir wissen, wir hätten uns versuchen, in das Gebiet einzudringen. Dann tun Sie etwas. Schützen Sie unseren Mann. Natürlich, Sir. Alles gleiche. Alles in den Griff. Sohn, alles in den Griff. Danke. Tim, BlackTier rede mit dir. Bereits am Angriff. Ich flex dich so hardcore weg in dem Spiel. Also glaub mir. Du bist keine Konkurrenz. Na fünf Wochen. Oh, ich hoffe, alles gut. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Das ist doch das Lieblingslied von Jana. Alter, halt dich so gut. Oh, boah. Na, wie los? Durch die Nacht. BlackTier. Ja, ich hab dir 13 Jahre voraus. Mit der Geisteskrankheit. Kann ich's in der Hand sein? Wenn das Lied vorbei ist. Kann ich's dann machen. Komm, gib mir noch an Lampel 5. Sehr schön. Ach, leck dir. Rutsch mir die Socke runter. Die Socke. Ui. Was ist das, wenn er einen Fußfetisch hat? Dann belohnt's du ihn ja nur noch. Ist doch nicht. Hier ist die Lage. Alles sicher. Arbeitet an, Sir. Für dich ist es ekelhaft. Für ihn nicht. Okay, er hat keinen Fußfetisch. Dann rutscht Salva den Buckel runter. Oder die Socke runter. Entschuldigung, Regi, ich sitze dich da einfach mal gerade so ein. Die Zahl war es einfach das Schutzschild. Ja. Sowieso. Sowieso. Salva Donnerblitz. Sie haben eine Drohne losgeschickt. Bleib stehen. Aber Salva ist größer als du. Oh. Wenn du die Schalber verhauen willst. Ja, ist gut. Vergiss nicht, Salber hat Donnerblitz, ja? Sag, Salber, kannst du dir so das Gesicht verlieren, den ich mehr erkenne. Ich schau niemanden. Babe, er will dich mit Krücken schlagen. Wer möchte dich mit Krücken schlagen? Fleck dir. Schön, dass du irgendwas mitbekommst. Bruder, ich bin komplett lost. Ja, merken wir. Ich bin gerade hier im Rank, Alter. Ich krieg voll auf die Mütze. Oh, vielen lieben Dank für deinen Lack. Sehr egal. Warum soll ich mich gegen die Stellen Black 4, wenn ich jemanden habe, der sich vor mir stellen kann? Ich weiß nicht, wie lange ich das Lied nicht mehr gehört habe. Ja, Sir. Verstanden. Ja. 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 Vielen Dank. Sommergewitter. Mörser schicken von einer mobilen Einheit nahe, da kürzen sie südlich von ihrer Position aus. Wenn wir einen Einstück zu Czalenko wollen, müssen sie den Werfer verziehen. Die aktuelle Version ist noch wirksamer. Die Zeit vor Ansteigung bis Tod wurde halbiert. Der Dunkel wird sich verbrechen. Nach 5 Minuten und 24 Sekunden ein. Die Ergebnisse sind fehlersprechend. Das ist ein Loose, man. Das sehe ich jetzt schon. So wollte ich nicht sein. Ich wollte den Menschen helfen. Ein Bier und das Heilmittel gegen Krips, nicht als Waffe. Aber keiner, er guckt mich meine Vorstellung. Ich wünschte, ich wäre um dich nicht möglich zu beenden, aber das wäre ich nicht. Ich bin ein Feindling. Ich muss jetzt alleine rocken hier. Keine Chance. Aber ich kann es nicht. Das ist auch eine Minute bekämen dann. Ich hätte ich wohl keine Angst mehr haben. Eine Minute dürfte ich den Schmerz aushalten. Aber keine Angst mehr. Das ist auch geil. Film, da ist jemand bei dir im Zimmer. Echt? Ja. Der ist weg. Krass, das habe ich gar nicht für mehr. Wer ist weg? Ich glaube, der hat sich so ein Shira-Pack mituldig geflaut von dir. Ich glaube, du solltest eine Anzeige machen. Ich bin Augenzeuge, okay? Falls du mal Hilfe brauchst. Danke. Gerne. Hey, der Scream hat mir kein Fun mehr, Mann. Der Signpot ist hart zu sein ranken. Ich bin ein. Okay. Möchten wir irgendetwas zusammenzocken oder so? Ich kann's ja Party-Animals mit Black Deer spielen. Ich hab auch ne Idee. Ich schätze, wir sind jetzt außer Schussweite. Diese Musik triggert mich immer wieder. Das ist der neue Drip, ey. Aber das Glied ist aber auch schon älter. Also, keine Ahnung, drei, vier Jahre oder so? Viel Spaß und viel Erfolg, Black Deer. Ich hab ein Zielsystem entdeckt. Ja, Jasmin, das ist dein Song jetzt. Die Mörder von hier aus steuern können. Sei doch ehrlich, man ist doch kein Song. So weit, so gut. Sir, der Fall versucht, die Kontrolle über den Werfer zu gewinnen. Gott, zum viel Erfolg und viel Spaß, Black Deer. Ja, Sir. Was auch passiert, Agent. Glauben Sie, dass wir das Eis-Eck in Ordnung machen? Jodi, jodi, ey. Das ist so lustig, aber. Das Leitsystem wurde übernommen. Geschafft. Ich kontrolliere die Mörder. Gehen Sie zum großen Turm am Ende des Brandes. Den Echtbauplatz ist nicht mehr weit. Da vorne stehen keine. Agent, ich werde versuchen, die Sprache für sich zu räumen. da oben geht, aber wieder kaufen. Auf von einer anderen Seite. Obama ins Weiße Haus. Tier. Ja. Gut. Das wurde das raus, wenn du. Nein, ich dachte nicht. gehen wir an die rein das ist was für dich moll stein und eisen bricht weg die hat es extra für dich reingemacht damm 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 was können wir noch gemeinsam spielen ich werde mal was von marmor stein und eisen bricht war unsere liebe nicht elektronisches gerät erkannt ich weiß nicht warum er mich dazu zwingt stein und eisen bricht alles hat immer einen zweck bei vollgeist war ich auch noch dabei wenn man bedenkt was er getan hat und was das neue virus anrichten kann aber wenn wir glück haben will er es nur für sich selbst und das ist alles nur ein ausgefeilter plan warst du dabei philipp bei vollgeist ähm ich glaube ich muss da das update runterladen oder so nicht mal ich kann damit leben aber lang hab noch den es ging dabei um wissenschaft nicht um anwendung ich hab keine anwendungsmöglichkeiten ich hab keine anwendungsmöglichkeiten ja ich glaube ich gehört ganz viele updates runter deswegen kein bock gehört irgendwie stein und eisen bricht aber unsere liebe nicht das update hat alles versaut was ist denn warte rum und eisen bricht Okay, jetzt kurz rutscheln. ok da bin ich mal gespannt dort ist ein Tor wenn sie dahinter die Rampe hochgehen kommen sie über die Tribüne zum Baseballplatz trage mal das Gerät du bist nicht Mr. Kino ich weiß nicht was passiert kein Problem was läuft jetzt nicht ich habe keine Virusgruppe mehr sie wurde im Experiment zerstört na Bavarie haben Sie die Lage im Griff oder nicht wenn Sie mir Ihre Bedenken mitteilen wollen lassen Sie Streip wenn Sie Tschernenko verlieren lassen Sie mich in Ruhe meine Arbeit machen verdammte DC-amateure ich kann nicht ja klar Sie sind für Kino zuständig für Tschernenko, Punkt aus Ende ich fack mich jetzt schon ab wegen der Ladezeiten ich fack mich jetzt schon ab was ist denn jetzt los, Mann? Ist das Spiel jetzt hängen geblieben? ich meine auch, klar vielleicht bist du hängen geblieben? warum sollte er das sein? wer mit Dreck spielt, wird schmutzig ein Virologe ohne anständiges Labor da liegt der Verdacht auf nahe, finden Sie nicht? er ist sauber aber wenn Sie sich Sorgen machen, stecken Sie ihn in Quarantäne Sie machen es mir wirklich nicht leicht, Ihnen zu trauen ich bin sicher, Sie haben Mittel und Wege stecken Sie ihnen eine Kiste die Skins von Destiny das ist doch von Destiny ja, das ist von Destiny ja, das ist von Destiny okay okay also Fö, bist du am Start? ne nur, Kim nein und was für ein Pixel ist überhaupt noch da? und was für ein Pixel ist überhaupt noch da? ja, alles gut ja, alles gut ich warte auf dich na, ok sagt was anderes boah Philipp mal, was hast du dir da gewünscht, bitte? aufpassen ey, ich fahre auch nur ein paar runter oh, Vivoli mei, ich bin auch wieder da ich bin, dass du da bist ja, ich bin wieder da aber ich weiß nicht gute frage müssten eigentlich normalerweise schon da Okay, da müsstest du mich einmal erinnern. Ich erde dich fix. Du musst mir einfach nur mal deinen Namen reinschreiben. Wie geht's dir, Wiboli? Na, bleck dir. Mit Abstand, oder? Also mit Leerzeichen. Ja, auch soweit gut, danke. Ja. Ich hab dich. Er möchte da wirklich keiner von euch mitspielen? Ja. Ich... Ich... Ich habe ihre Hilfe nicht verdient. Was ich getan habe. Ich... Was genau mich tun, Liz? Nein. Danke. Immer noch nicht, nein. Explosionen? Was zum Zweifel? Okay. Wir müssen Schelenko sofort in den Helikopter senken. Ich hab dich eingeladen. Ah, da ist er. Dann machen wir du, oder? Bleck dir. Janenko gesichert. Janenko gesichert. Gegnerisches Signal abgehört. Nee, die ist glatt nicht gut drauf, Black dir. Ich bin einfach müde. Tim. Tina ist da. Sein Funksignal kommt direkt aus dem Park. Hey! Zu mir! Killen wir den Motherfucker! Ja, alles gut. Sie nimmt es doch nicht bösartig auf, oder so. Ja, die ist down, die ist aber echt müde. Wir holen uns jetzt mal ein paar Wins. Wir zeigen jetzt den Leuten, was wir so drauf haben. Oh, der ist auch da. Hallihalöchen. Schön, dass du da bist. Nicht viel, bin krank. Ja, was ist denn los, man? Jeder ist krank in der letzten Zeit. Na wirklich, aber echt viele. Deiner hat Corona. Ja, man muss aber bei Corona sagen, dass das langsam wieder hochkommt, sag ich mal. Meinst du? Ja. Ja. Ich hab keinen Bock wieder auf eine scheiß Quarantäne oder so, man. Ich glaub, das ist einfach so. Ich glaub, die wollen uns alle mal informieren. Ja. Ich glaub, das sieht irgendwas aus, dass ich dann, ähm, zwei Freunde von mir, ähm, Corona hatten, dann auf der Arbeit hatte, einer Corona, und jetzt also so ein Chat hätten paar. Ja, also. Ich hatte noch nie Corona. Noch nie. Meine Eltern hatten Corona, aber ich hab mit denen gechillt. Nix. Nix. Ich glaub, ich hab einfach ein zu starkes Immunsystem. Und das typisch bleibt hier mal eine Schlawine. Ja. 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 komm wir werden es rocken alle erste runde gleich sieg holen das wär's sein skin ist geil man hat ein kalimero kostüm na klar was anderes war ja lächerlich kann ich sein gebündelt und so abgehoben aber noch gar easy wir haben ja das spiel ja studiert was sieht kommt mir echt bekannt vor hast du gerade ernsthaft den kopf dazu genickt das hat was ich weiß nicht ach schade man das hat was das ist ja nicht so extrem was ich war der letzte wie immer wie lange geht das lied jetzt da wird man echt verrückt oder mann oder lasst mich bitte das gibt man ein tun mit dem gefallen ist an heavy metal oder was das war es auch nicht gibt es gibt mehr das war gut das war gut das ist auch ein mix Vielen Dank. Schön, wenn ich Nasson rauskicken will, dann kickt er dich einfach raus. Es ist aber echt so, das ist mir echt aufgefallen. Okay, wir sind noch ein Game drin. Jawohl, sehr schön gespielt. Der erste ist der Profi. Ein Ding, komm rein in meinen Rucksack. Die Map, warte. Da muss man sich doch die Fehler melken. Das war eine ganz, ganz alte Map. Okay, ich kenne die gar nicht. Auslassen. Mädels, Jungs, ich würde mich dann für heute Abend verabschieden. Okay, Philippa. Küsschen aufs Nüsschen. Dankeschön. Tschüsschen, Küsschen. Bis dann. Bis dann, ciao. 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 Gute Nacht, viel Spaß euch noch und so weiter. Dir auch. Oh, danke, dir auch dann. Aufinnen. olt. Ir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich dachte, wir haben verloren. GG, wirklich. Gut gespielt. Ich bin richtig lost. Ich schwelle, ich dachte, ich bin runter geflogen. Dann steht ja, okay, vorbei. Ich weiß nicht, wo mein Kopf ist. Gut gespielt. Ja, nochmal zu vielleicht, wenn wir mitspielen. Das ist doch nice. Sag, die erste Runde gleich erst ein Sieger. Ich wünsche dir eine Freiheit. Ich wünsche dir eine Freiheit. Gleich habe ich ein Update. Okay. Alles andere wäre lächerlich. Shit, du bist hartkar. Also, Madbad hat dich gut trainiert, ja? Dann habe ich dich gut bei ihm. Abgegeben. Mit guten Händen, ja. Wo ist denn der? Sagen wir mal, kommt der überhaupt heute live? Nee, ich glaube es ja. Was ist mit Vibuli? Ich wollte eigentlich mit der auch mal spielen. Ah, echt? Wirklich? Ach du Scheiße. Sag mir bitte nicht, dass er Corona hat oder so. Ich habe mich schon gewundert. Der war gestern nicht da. Ja, das ist mies. Ich glaube, das hat ihn richtig erwischt. Weil ansonsten wäre er doch mal im Discord gewesen oder sowas. Aber nicht mal da ist er online. Ja, der Madbad, wir reden gerade über Mad. Der ist krank. Ich hoffe, er nicht schlimm ist. Ja, der ist echt mies. Es ist richtig ungewohnt. Ich schwöre, das ist richtig ungewohnt. Ich bin jeden Tag in seinem Livestream. Jeden Tag. Ich bin jeden Tag. Wahnsinn. Ich sag ja, Gesundheit ist verdammt wichtig. Ich bin jeden Tag. Ich bin jeden Tag. Ich bin jeden Tag. Aber wir können hierивать. Ich bin jeden Tag. Vielen Dank. Gebt man den Hammer, gebt man den Hammer. Jawohl. So, hab gegessen, Kind ist auch zufrieden und pimmt gleich. Bin glücklich. Ist doch schön. Ja, du Scheiße. Ja, war schon gut. Ja, du Scheiße. Das ist echt mies, Mann. Ich hasse die Meldungen. Ich hasse die Meldungen. Ja, ich habe... Doch, doch, einen goldenen habe ich geholt. Einen habe ich geholt. Weil ich habe einen goldenen und zwei normale. Boah. Bad Boys. Bad Boys? Ja. Ja. Wie lange ich das nicht mehr geholt habe. Boah, fühle ich... Ja. Ja, zu den letzten habe ich nicht. Den letzten habe ich nicht. Bad Boys. Ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Na ja, du kannst es leider nicht machen. Nur die Leute, die halt ein Abo da gelassen haben und die ganzen VIP-Leute. Und die Moderatoren halt. Damit das fair bleibt. Aber ansonsten kannst du es ja mit Kanalpunkten einlösen. Geht auch. Guck dir den kleinen Spasten an, Alter. Ja, alles gut, Jana. Ja, alles gut, Jana. Ich möchte jetzt einen Sieg sehen, ey. Nein, ich hasse das. Wahnsinn. Da bin ich überhaupt nicht gut. Sehr gut. Sehr gut, Black. Süßer Rache auf jeden. Oh, du kleiner Lele, geiler. Jetzt mal. Oh, du kleiner Lele. Da sind die Arme. Der Jaunler. Aber das ist eine Rache. Aber der Helmler. Das ist ja so. No, porca putana, bin runtergeflogen. Ey, das ist überhaupt nicht meine Stärke. Sagen wir's nicht bescheuert, Jana, in der nächsten Runde bist du rein? Komm, Blacky, ich glaub an dich, Mann, du wirst es hocken. Junge, du bist so stark, Alter. Junge, was geht mit dir ab, Mann, GG. Natürlich haben wir noch Platz, Vibuli, natürlich. Natürlich haben wir noch Platz. Ey, du bist so stark, Mann, Black, Alter. Okay. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank für den Zapfgift. Dankeschön. Vibuli, küsst dein Herz, ey. Warte. Einmal. Bist ein Freak, Boah. Warte, Vibuli, ich hab dich doch eigentlich auch, oder? In der FL. Wir haben auch, glaub ich, miteinander mal gespielt. Ja, alles gut, ich hab Zeit. Wir warten ja auch noch auf die Jana. Ah, ich bin auch schon so ein blöder Depp, ey. Kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Ich bin, ich bin so richtig lost heute. Und das... Das ist das... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Komm, wenn du möchtest, das kommt das für dich offen. Kommst einfach in die Wartezimmer, in das Wartezimmer und danach kann ich dich herunterziehen. Ah, da ist der Burschon. Da ist der Burschon. Du bist aber auch stumm. Stega, Bratelino. Alles gut, grüß ich das. Oh Gott, von Tokio Hotels. Fuck. Das ist der Burschon. 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 selbst anfang an ich habe nie ausgesetzt aber merkt man noch so dass nicht also das ist was du zeit öfter spielst wenn man merkt das übel ok das ist spannend was denkst du wie viel spielstunden habe ich wie viel spielstunden hast du was denkst du wie viel ich habe ich glaube um die 5000 4000 1200 wieder da ist auch jede menge die tausend spielstunden so ob ich los bin ich auch nicht ist krank sagst du ja das ist krank und da ist die stimme dass er nicht hobbylos ist nicht nur das von den aus die bitte hobbylos wäre also ich finde wenn man so viele stunden hat bei vorgeistern ist man hobbylos der ist maschine von herzen bleibt hier bin ich gewohnt von einem geisteskranken zum anderen aber er trainiert auch jeden tag mit melde ja bei mir das problem ist immer so spät live ist ich habe immer noch schule ja du schläfst doch nie stimmt gar nicht schule ist geil oder schläfst du gut richtig habe ich auch gemacht gefühlt wirst du noch ja wie wir dieses lieb zahlen um es aufs hände zu laden welches lied weißt du noch hinten aus der bravo zeitung oder was war ja der will alles wollen ja das ist von jamba gewesen jamba ja jamba war das oder das verreckte küken ja viertel hieße glaube ich weil wir sind weil wir sind weil wir sind alt weil wir sind alt aber du hast dir das lied nicht gekauft du hast es ein abo du hast es kein gut haben mehr jetzt kommt eh das beste lied jetzt kommt tokio hotel danke jana sie hat es für mich gemacht also ich habe ja vorhin ich hier marmorstein und eisenbicht auch nur für dich du kannst du kannst du kannst ja eigentlich auch von wünschen und seinen freien tippen jana macht das für mich ey das lied passt genau zu dem mann wie wohl die hat so ein gummibärkostüm das fällt mir gerade erst aufgefangen das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen schafft ich 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 solange man kann auch so lange mir keiner auf den kopf springt ist alles gut ich mag dir auch ob ich ich mache immer einen fehler oh gott wie lange ich das nicht mal gehört da waren sind dann gab es ja noch von toky hotel glaube ich noch schrei oder so war damals auf dem hotel konzert wie alt war ich denn da ich glaube 11 10 oder so da musst du 14 gewesen weil ich was auf dem konzert verdienen ich war ja es war mein erstes konzert gefeiert ich habe es auch nicht gefeiert dass sie mich bei herbert grünemeyer mitgenommen haben aber ja du rockstar egal wie so ein jana richtig gut jana richtiger pro gamer bist du war maschine maschine bruder oder schwester er ja auch zu lügen das pro gamer ich sehe dich schon irgendwann bei den ganz großen bei den die schlub 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 Was krass ist, wenn sich die Brune einmal nicht festhält. Wenn du einmal unten bist, kommt immer so doof wieder hoch. Ich will diese Lieder, ich will diese Lieder. Würde ich jetzt sagen, dafür kann ich nichts, aber es wäre gelogen. Ich erinnere mich an meine alte Zeit, da wo ich mein BMX hatte, bin ich so oft aufs Maul geflogen wegen dem Song. Wir nehmen Jana ins Rucksack, wir ziehen sie. Und was wollen wir jetzt hier? Ich habe da. Ich habe da. Habe ich mit dir vorhin auch gemacht. Und dann hast du sogar verpasst, wo wir gewonnen haben. Ich war richtig los, Mann. Ich denke mir so, habe ich jetzt was falsch gesehen oder hast du was falsch gesehen? Oh Gott, nein. Salva ist alt, er kriegt nicht mehr alles mit. Ja, ich bin 30. Ich bin zu alt. Ach ja, das stimmt, da war ja mal was. Ich bin älter, du. Ja, Bruder, meine Reflexe sind nicht mal dieselben, mein Kopf macht das nicht mal mit. Jetzt wird es schlimmer. Glaub mir, mit den Jahren wird es nicht besser. Ich bin noch unter 30. Lüge. Hahahaha. Hau. Alter. Boah, ich lasse es euch machen, Alter. Das wird mir zu gefährlich. Meine Pistazien Augen machen das nicht mit. Wie hast du schon wieder welche? Naja. Jana hat das Spiel auch nicht so äh. Ey, das buggt übel jetzt das Game. Ja. Boah, ihr Maschinen. Wir sind tatsächlich recht schnell. Und Punkte in der Mitte. Ja, oben links, oben links, oben links, oben links, oben links, oben links. Oh Gott, soldier boy. Jawoll. Ey, das ist ein Dreierdruck. Je nachdem welches Finale jetzt kommt, könnten wir Suicide probieren. Mit 30 geht's bergab. Ne, bei mir geht's bergrunter. Ja. Ich pack das nicht. Hey, schon wieder Knallball. Die haben eine Knallball los verändert, die explodiert schneller. Ey, da gibt's aber so Tricks und so. Dass du gar nicht runter fliegen kannst. Du musst du, glaube ich, mit einem rechten Analog stick, glaube ich, so dagegen steuern. Ja, mach ich schon. Weil ich kenne einen, der hat das unter Kontrolle. Den kriegst du nicht runter. Scheiße. Die Explosionen machen den Tag zu einem Gründerfeld. Das mache ich schon immer. Man kann in der Luft immer noch lenken, selbst wenn man hochkommt. Ja, genau, genau, genau. Richtig. Ich hätte fast Jana gekillt. Na, porca putano. Jana, mach das gleich selbst. Was macht das selbst? Das hat sich so weit angehört. Ich bin's auszuschießen. Denkst du, ich fang jetzt so in Diskussionen an? Ey, komm, nur einer. Zwei gegen einen. Gegen eins. Kim, ich hoffe, du machst da raus. Ja. So eine Schneekugel ist heute angekommen bei mir. Hm. Anweise gut verpackt. Ja. Ist mega hübsch. Wirst du nicht fahren? Steht schon. Steht schon in meiner Kollektion. So, da lenkt es auch, da lenkt es auch. Da kann auch. Junge! Was bist du für eine Maschine? Sehr, sehr schön, Alter. Ja, der ist Maschine, der Buben. Wahnsinn. Boah, das ist mit vielen Längen. Ich hab' den Schläfer. Oh, es gibt viel, es gibt, es gibt viel bessere Leute, die nicht. Irgendwie wehren? Ich hab' übelst viele Punkte, meine Lohnen. Muss die loswerden. Ey, bei mir kommt der Sound gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Muss das auch wieder, glaub ich. Muss das mal machen. Das ist so witzig, wenn die Pommes diesen Affen-Me-Mode macht. Oh Gott. 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 müsste ich aber gerade müde machen naja kommt drauf an wie viel du hast willst du das jetzt im stream teilen ja ich teile sowas nicht das ist la crème de la crème er teilt es nicht war pro gamer sehe ich hierzu der erste und dann wird er da weggesnackt wie oft von der und propeller pro gamer sehr wichtig ist man wir sind jetzt und ich bin durch nach jana brauchst du nicht zu zählen ja am besten außen nicht in die mitte da hast du kann ich auch theoretisch kannst du auch stehen bleiben die punkte also bitte ein bisschen konzentration muss aber sein eigentlich müssten wir mal auf extrem solo wechseln und schauen wer von euch am längsten durch du bist toll jana die allertollste aller tollsten der tollsten von den tollsten da siehst du eigentlich auch bei solo black das kommt immer auf den tag davon aber ich bin nicht besser manchmal schlechter da sind ein paar maps die mag ich überhaupt nicht null bei mir kracht komplett bei den creator maps die passte maps sind bei mir komplett bruch ja die creator maps man die folgt mich ab aber die sind bei so viel wie ich was bei extrem solo nicht drin ja doch manchmal sind sie dabei und kann das einfach viel zu fett der blick ob ich mir den pandas gehen holen will und dann habe ich doch lieber die pommes ich muss den geholt ich muss den geholt ich muss den geholt ich muss den geholt ja gut das geht wieder das geht triggert mich jedes mal ich schicke das so lange rein bis du irgendwann einfach mal mit singst ich mach mich da zum affen und wenn du irgendwann mit singst dann clip ich das stell es auf youtube und schick dann das ein ja genau dann best cover song und danach laden sie mich nächstes jahr auf der wiesn eine sehr witzig sensationell war gar nicht hier und erich erotisch erotisch mein gehirn ist ein teil davon schläft auch hast du gleich gepackt und ist mittwoch morgen ich finde es schade man dass der mad bad man nicht klank ist man das nervt mich das macht mich ein bisschen traurig dass er krank ist bb nicht dass er das kann krank ist was gesagt dass er nicht krank ist ich meine es nicht so ich hoffe dass er so schnell wie möglich auf die beine kommt die musik gibt mir jetzt schon sowas von auf die eier stöcke du kannst du mir das gar nicht vorstellen so ich finde die musik gut naja wie oft hast du das lied am tag so 50 mal und ich eigentlich nur wenn ich mit euch und ich kriege die ganzen wieder nachweist das ist jeden tag so nicht nur du das lied ist nicht mal gut aber da kriegst du kriegst du es automatisch er ist doch gut irgendwann irgendwann hast du es bei den ohrbom dass du einfach mal mit das ist also dafür habe ich nicht getrunken da fehlt aber noch sehr viel alkohol das sieht fühle ich es ist halt was musik alleine diesen akzent kokos das ist nix bayerisch das tatsächlich halt wie heißt das ein lied was ich da ständig höre von dir welches meinst du das ist von deinem kollegen rocco ja ich höre das den ganzen tag wie geht es ich bin so behindert und so richtig groß ich glaube gegen die stange man mit absicht man nicht verloren richtig gut Gott sei dank spielst du nicht professionell ja der black oh gott der blitz ist vom bauken ne ich bin auf der map die ist nicht romanz da gibt es bessere maps keine sorge dir passiert nichts das findet er das liebste das wird schwer ne fragen werde ich ganz weit getroffen und der ventilator kommt von hinten du kannst ihn vielleicht noch eventuell noch aufholen aber wird sehr sehr schwierig eben noch leute außer ich ja du hast es gleich du hast es gleich du hast es gleich du hast es gleich nein 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 egal schade hilft so knapp egal gcg gut gespielt ich bin gegen die stange gelaufen ich war dumm hast du mit deiner pistazienaugen nicht gesehen ne ich weiß echt nicht mehr wo mein kopf war grad wow na an der falschen stelle ich bin grad dabei am überlegen ob ich mir jetzt ein holi machen soll soll ich mal ein holi machen auf die stelle ja welche ja dann mach ich mal fix und hol ich bin gleich wieder da die die offene wir haben die das die die Tragbaures elektronisches Gerät erkannt. Ah, wie weit muss der Teil so dunkel sehen? Was spielst du? Division. Es ist gerade ein enger Geh-Stoppel. Ich mache immer noch das Armband. Ich habe es aber gleich fertig. Dolores, der Deal ist gecancelt. Ich brauche dich nicht mehr. Bleib hier, genieß den Park. Nachts wird es hier kalt, aber keine Sorge. Ich mache dich alle! Ich mache dich alle! Ich brauche das so sehr. Ich brauche das nicht! Ich habe mich wirklich daran erinnern. Ich brauche das nicht! Ich brauche das nicht! ja sowas fühle ich wir warten nur auf jana und dann geht's los und peter fox aus am sehen hatte dann soll er schon das ist jetzt ein geiler song was kommt also wenn man das musikvideo dazu haben sieht er habe er das jetzt war ja das liebe ich hör mir das jeden tag an ich kann nur bis zum innen ich habe morgen wenn du gerechtigkeit willst das müssen wir zusammenarbeiten ich bin keine fremde ich will nur du hast keine switch da war haffanculo Okay. Schwere Verwundung entdeckt. Okay, zuhören. Komm, Jana. Kleiner, Sie wissen, egal wer uns im Weg steht, prunken Sie mein scheiß Magazin in den Kopf. Du schaffst das, Jana. Ja, Ma'am. Wir glauben an dich. Bereit machen, Agent. Sieht aus, als warten Sie auf Sie. Rechnen Sie mit Gegnern im alten Park. Tut mir leid, Süße, aber... Nee. Panda motivierst du so übelst und du machst es mit einem Wort kaputt. Einfach nur Nee. Nee. Ich bin das Gegenteil von Panda. Aber guter Versuch, Jana. Es wird besser. Die Map ist auch mein schlimmster Feind. Guck, sie lacht drüber. Sie kennt mich. Sie weiß, wie ich bin. Ja, du bist scheiße. Es hat keinen Sinn zu lügen. Lieb dich trotzdem. Boah, das sieht fühlig aus. Elektronisches Gerät erkannt. Schuss. Ja. Wie ist das? Ja, das ist ja wichtig. Wir brauchen Gerechtigkeit für deine Familie. Wissen Sie, wo er ist? Ja. Sind Sie sicher? Das Last Man Battalion hatte ihn. im ball geblockt mit einem dicken top ist ich habe einen fetten marsch ist einfach eine maschine ich komme einfach nicht hinterher ja mein partner ist da macht alles ist alles mit gemütlichkeit oder die letzte kippe war um 10 dann hättest du jetzt auch erst um 22 alle jahre wir wissen nur runter geflogen das hat sich jetzt gerne gesehen sie ist freiwillig gesprungen und du bist mit einer nikotinsucht fast schlimmer wie die sexgäßler bei uns am schulklo wie soll ich das bitte verstehen nein frag nicht nach das ist schlimm bei uns an der schule fühlt sich jeder zweite ein drogenproblem er kriegt das in den griff mit seinen zigaretten ja ich muss damit aufhören mit den scheiß solange es nur beim tabak bleibt ist alles in ordnung ich habe übrigens ein bisschen raus ich habe auch das Gefühl dass wir rauskriegen ja nein tot gesprungen ist ja keine ahnung wie sie es geschafft hat sie hat sich vertreten sie ist wie ihr eigenem fuß gestoppt ich bin gestern gegen eine tür geknallt leute okay die tür war plötzlich da und ich bin voller kanne reingerannt das ist so voll voller freude erzählst ich bin ich habe selber noch geschrieben ich bin gerade voll in der tür geknallt aber wie hast du nur das bitte hinbekommen war das dunkel oder raus keine ahnung guck ich bin hier rausgegangen und die die tür vom badezimmer war auf und normalerweise ist sie immer zu und ich habe auf mein handy geguckt weil ich dir was geschrieben habe und da bin ich voll reingerannt es ist keine schuld bb meine kann ich was dafür wenn die türen offen ich habe auf mein handy geguckt um dir zu schreiben hab dich nicht gezwungen immer diese händesüchtigen leute die sich nicht unter der Rolle haben kann man nicht haben diesen zwang und schreiben wir können einfach nicht mehr ohne einander genau das können wir nicht atmen diesmal sauerstoff wie weit wurde noch mal auseinander wie wir da wie weit wurde er noch mal auseinander irgendwann gar nicht mehr als obst nach der runde erstmal raus kind füttern gar kein problem wie übernehmen das kind geht vor ja ich denke dass ich dann nach der runde auch raus bin aber ich dachte nicht mehr so laut sein nur schlafen ja das wird eh nix ich hab morgen berufsmesse ich hab ganz entspannt ich hab homofests ich hab homofests ich hab homofests ich hab homofests ich hab gemerkt neunte oder fick dich ins knie man ja, neunte klasse aber du bist homofests aber du bist homofests ich hab ja kein hopp fick dich ja weißt du schon was du gerade ich hätte den ganzenais pokémon unite spielen äh alles was ich gern werden wollen würde geht körperlich nicht und dem hab ich nicht die leisteste ahnung was geht also was ich machen will wenig der versicherung glaubt mir dass erkannt ist ich gerade so gut im strick aufhängen gerne ein beruf foto geld verdient versicherung aber es ist halt scheiße die leute sind scheiße menschen sind scheiße ich glaube ich glaube es hat mich hat so nicht aber ich möchte mich hat so nicht jetzt immer so wie es mal da muss aber sehr sehr viel macht also sehr sehr gute matte sein und natürlich doch strom berecht strom berechnung weiß nicht wie viel strome du musst schon berechnen ich habe selbst gemacht ich hatte noch weiter machen können ich habe ja noch mal ein hauselektriker gelernt so menschlich dumm und intellektum sind ja ist trotzdem kann er genug leute jene macht doch immer extrem dumm sind dann gibt es ja diese uri form wo ich auch in der versicherung viel mathe können aber ja mathe habe ich kein problem mit in die mathe class auf der realschule und schreibt ja dann wenn du willst kann ich hier bei der polizei reinbringen der polizei wird aber körperlich auch wieder nicht gehen ja das stimmt nein er meint er ist heftig du kannst der polizei gehen aber dann machst du halt einen bürojob du musst ja nicht äh wettbewerb spielen naja nein nein das funktioniert nicht so nein nicht du bübi ich glaube nicht dass du zur polizei gehst du nicht ich meine blackbeer aber ich darf ich dich noch mal daran erinnern dass ich seit ich sechs bin bulldog fahr ja dann sagst du das der polizei wenn du dich meldet du bist du bist du bist halt im dorf kennt das ist ja völlig normal also deine weste müsste richtig weiß seine ja dann kannst du dich reinbringen war mein halbbruder selber bullen zeit sie schwarz zu machen bis dahin war mein halbbruder tut ja polizisten auszubilden ja das ist ja das ist das ist die frage wo dieses jahr in der neunten hauptsächlich von jedem lehrer pausenlos gestellt wird ja aber dann machen sogar auch frauen mit was jetzt da machen auch frauen mit was willst du damit sagen ja weil er sagt ja ding zum beispiel der ist ja vom körperlichen her weiß fragt er das nicht aber hast du körperliche beschwerde ich glaube das habe ich noch nie gesagt ich zähle als gbehindert er hat krücken er hat krücken deswegen ich glaube es hat viele krücken das ist mies er könnte einen bürojob machen bei der polizei aber genetisch bedingt oder dann ich möchte einen unfaden er ist ein bisschen komplizierter ich hatte einen bösartigen tumor in der hüfte das ist mies der ist aber weg ne nehm ich an ja mit der kompletten hüfte aber lieber das als ne dass du gestorben werd ich habe keine ahnung das ist das was ich noch fragen muss bei den lehrern die doch speziell dafür da sind aber ja doch doch irgendwie aber hast du nicht eine falsche hüfte bekommen dann bei mir ist zu wenig da eine prothese würde immer brechen das ist so vorstellen wenn du links und rechts im beckenknochen hast ist rechts bei mir komplett weg da kann man gar nichts machen nicht mehr aufbauen oder so ne 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 ich bin froh dass das bein überhaupt noch dran ist das war jetzt kürzer aber damit komme ich klar das war ganz angenehm weil ich bin jetzt sportbefreit ich darf einfach ich hab Dienstag jetzt einfach nur noch vier Stunden Schule und dann kann ich mir danach einen Döner kaufen gehen ja natürlich ich hoffe es geht um schwimmen zu gehen weil ich allergisch gegen den Klo bin tja ich hatte immer meine Periode jedes Mal das haben alle Frauen komischerweise also ganz im Ernst da war ich immer der Meinung die müsste man richtig bestrafen für all den Scheiß weißt du wie ekelhaft es ist schwimmen zu gehen wenn du das echt hast das ist richtig schön ja das würde ich hier glauben aber hat komischerweise hatte die immer da wusste man direkt dass die zu dumm sind zu wissen dass man die Periode nur einmal im Monat im Zyklus bekommt ne ich krieg die den ganzen Monat über wenn ich schwimmen muss dann hab ich die jeden Tag ja wenn man auch ein gestörtes Kreislauf hat dann kann es auch passiert dass man öfter kriegt aber du kannst mir nicht sagen von einer Klasse von 25 Leuten wo 13 davon Frauen sind dass die alle das gleiche haben da kann man Lotto dann spielen musstest du damals in die Nase nicht diese halbe Stunde bis dreiviertel Stunde im Kreis laufen ohne Pause das von mir ist cool nein ich wurde freigestellt weil ich ja nicht meine ganze Lunge habe und mein Lehrer hat mich trotzdem laufen gelassen und da habe ich die Abfahrkrise Deluxe gebaut ne ja 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 Ich gehe jetzt raus aus dem Bulls. Gute Nacht. Okay, tschüss. Okay. Tschüss, bis nächstes Mal. Schlebt du nächstes Mal. Schön, dass du Lavas auf ihn. Immer wieder gerne. Naam? Freut mich. Jones ist weg. Der Einsatz ist gelaufen. Agent, offenbar zieht sich Black Tusk zurück. Da könnte ich eigentlich noch raiden oder so. Habt ihr jemanden? Wacht, ich guck mal in meiner Liste. Nicht, ähm... Krieger. Habt sie dann jemanden? Keine Ahnung, wer wir da eine Freude machen können. Wacht, ich guck mal in meiner Liste. Ja, ich hatte Theater Freak. Ah, den anderen? Wie viel ist der? Der ist auf 10. Ich werde ihnen immer einen Schritt voraus sein. Ich werde ihnen immer einen Schritt voraus sein. Schicks ihm, er hat's nicht so einfach. Ah, okay, da war der Schritt. Weil ich keine Angst davor habe. Wer spielt denn da, ist das Mille? Was hat sie nie gewinnen? Ja, kennst du die Leute von drüben? Wir sehen uns dann. Ja. Streamt er mit Cam? Für mich ist es wichtig, wenn man da seine Cam hat, ne? Dass ich die Reaktion halt sehe. So, ich habe in meinen Chat rein geschrieben. In deine Chat? Ja. In deinem? Ja. Derby und Stribi spielen gerade. Sehr gut. Hat Spaß gemacht mit ihnen zu arbeiten. Mine ist aber im Chat drin. Okay, schauen wir mal nach. Was hast du für einen gewunden? Oder nimm den zum Blick dir? Ja, ich habe... Schauen wir mal nach. Der André, der ist ein richtig netter Kerl. Ein Ander. Ja. Er hat leider keine Webcam. Gerade. Hat mich sehr gefreut. Ja gut, der gute Mann, der hat nicht viel Geld. Aber er will immer... Dann Blacktier, wen willst du denn da? Wen bietest du Panda an? Ist er noch da, der Blacktier? Ja, schreib dem Chat bei dir, Bibi. Kannst du den? Wo spielt denn der? Hoffentlich hat er eine Webcam. Ich bitte drum. Ich mag halt Menschen, die halt Reaktionen haben. Es geht nicht drum, ob sie gut sind. Ja, ne? Ich möchte halt, ob sie eine Webcam haben. Sicherer Bereich entdeckt. Ah, okay, cool. Dann gehen wir mal zu dem, woher, ja? Dann gehen wir mal zu dem. Den folgst du gegen... Ich glaub, den folgst du, oder? Kann es sein, dass du den folgst? Wem? Ja, was er mir grad davor gestangen hat. Hm? Den folge ich. Nicht du. Ah, okay, sorry. Ah, du bist bei dem Mod? Oh, okay, cool. Ja, dann reden wir dann. Dann musst du dann... Hallo, Support-Skermord. Dann raiden wir den Bull. Er wird uns nicht freuen. Sagen wir, wir kommen alle von dir, du hast mich. Hast du uns bezirzt? Du wärst normalerweise der Raidleiter. Ich hab die Mariko. Ich raide. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch allen. Vielen, vielen lieben Dank für die Liebe. Gerne. Und man hört sich dann auf jeden Fall wieder. Safe. Oh, ja. Ja, auch. Blackbeard. Ciao, ciao. Motiviert, meinst du, als du einfach nur? Sehr, sehr, sehr motiviert. Oha. Warum höre ich bei dir kein Sound? Ich höre bei ihm kein Sound. Warum höre ich bei ihm kein Sound? Der hat keine Ahnung, wie ein Sound-Out geht. König. New York wurde angegriffen. Die Division bittet um Hilfe. Ich breche jetzt auf und brauche sie an meiner Seite. Los geht's. Sind Sie bereit für New York? Die Division hat in der City Hall schwere Verluste hinnehmen müssen. Wir vermuten einen gezielten Angriff. Isaac meldet eine unbekannte biologische Verbindung. Sie wird äußerst schnell. Und ist tödlich. Über Scheiße. Unterdings auch so oft. New York hat Agents von der gesamten Ostküste angefordert. Sie brauchen Hilfe. Felao ist unsere Ansprechpartnerin. Cardinal 1, er bitte lande erlaubnis. Cardinal 1, ich wiederhole, er bitte lande erlaubnis. Ach aha. Oh. Das sind blau, wir müssen sofort landen. Hören Sie? Blau, hören Sie mich? Scheiße. Wir müssen da landen. Schau. Aber ich weiß nicht. Das ist ein Wissen. Eintreffende Ver... Das stimmt auch mal kurz da. Wir müssen da rauf. Lasst sie den Gegner auf! Ihr könnt euch nicht ewig verstecken, wir müssen. Eure Freunde brauchen euch hier. Wir müssen ja nicht mehr aufnehmen. Ich bin nicht befreundet, ich bin nicht befreundet. Ich bin nicht befreundet. Klausau, gehen Sie in die City Hall und versorgen Sie die Verbundeten. Ich schicke Hilfe. Aten, wir können durch das Dach rein. Folgen Sie mir. Aten, wir können durch das Dach rein. Wir müssen da runter. Kommen Sie! Wir sind bei der Tippi-Haus. Ich helfe den Überlebenden. Die Haven-Siedlung schickt Sanitäter. Sichern Sie den gesamten Bereich, bevor Sie eintreffen. Guck mal, die Konsole hier aus. Wo ist Jana? Wie, die ist bei mir noch in der Nobby irgendwo. Keine Ahnung, kriegst du ja entfahm aus. Ich hab einfach die Konsole jetzt ausgemacht. Gregor sagt, wenn du leben willst, behalte die Maske auf. So, macht du jetzt deinen Wissen witzig. Ich kann sie auch rauslaufen, gar kein Problem. Ich hatte voll die Stream-Probleme, man. Das hat mir kein bisschen gefallen. Die sehr ausgelassenen Frames. Das hat mich getrackert, die Scheiße. Ich frag mich, warum ich keine Kanal-Punkte hatte. Also, die Songs hab ich nicht gehört. Und, Bibi, wie findest du den Ding? Den Philipp? Ich find den super nett. Aber der übertreibt ab und so, das nervt. Nö. Hm? Nö. Nö? Nö. Mein Bruder nimmt sich auch so. Du musst halt nur kontern. Du darfst dich nicht unterbuttern lassen. Sonst hast du verloren. Wo du die zum Beispiel GG gemacht hast, hast du die gehört? Die Sondern? Nein, nein, nein. Du auch nicht. Ich hab' ein Versuch, das ist doch mal. Ja, was ist das? Das fackt mich auch ab, Mann. Das hat mich schon gewundert, weil ich hab' sie selber nicht gehört. Analyse beendet. Seine beste Fall hat mir nicht gefolgt. Das hat mir nicht gefolgt. Das hat mir nicht gefolgt. Sag auf. Wen hast du sie nicht überzeugt? Status abtrünnig. Sie hat mir aber geschrieben, was es für ein Pokémon-Spiel ist und da meinte ich so, es ist gratis. Und, ähm, sie lädt es sich vielleicht runter. Analyse beendet. Das war's auf jeden Fall. Analyse beendet. Analyse beendet. Analyse beendet. Analyse beendet. ja genau so weiß ich habe aber heute halsschmerzen ich habe einen tee getrunken das tee war honig aber der war ein bisschen süß deswegen habe ich mir einen anderen tee gemacht mann trinkt den tee halt die fresse ich bin echt eine schlechte freundin in solchen sachen ich fand den zucker aber es war brauner ich habe zähne weh ja ich habe das schon zwei wochen ja dann leck mich doch das ist doch seine eigene schuld so dumme nuss habe ich ja auch so geschrieben da hat sie gelacht ich brauche meine liebe so auf wenn ich euch beleiht guck baby zeig mal zeig mal zeig mal ich würde sagen das sind die selben farben weil ich habe geguckt das ist weiß auch wenn es nicht weiß aussieht ist es weiß ja das sehe ich ja aber die combo ich glaube ich weiß nicht aber ansonsten ist das schön du kriegst entweder nimmst du ihn ja du schmeißt ihn weg nein ich muss gar nichts wenn du hier bist guckst du dir die farben an und du suchst sie dann raus und da mache ich dir die schnell ich kann dir die abends vom fernseher schnell machen ich kann es dir abends vom fernseher schnell machen wir gar nicht darauf reagiert das war uncool bb ich bin gerade dabei das problem zu lösen ich kriege das nicht hin ich bin dabei der problem mit dem soundalerte schön dass sie unversehrt sind agent blau hat uns die koordination auf geht's Untertitelung des ZDF, 2020 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 platze kommt irgendwann platzt mir was im gehirn ist noch nie aufgefallen auf der camp wenn ich was sprudelig sprudeliges trinken dann kriege ich so ein mega brutalen schluck auf ich macht ich trinke und dann mache ich immer so hast du das im restaurant nicht mitbekommen letztens ich hatte das auch doch 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 das stimmt deswegen sieht kevin mich immer an wenn ich trinke weil er das lustig findet dieses und ich kann das nicht unterdrücken irgendwie komplettsystem oder nicht ich sehe eine grüne wand bei dir nein es ist die matrix die backrooms bb ja kannst du diese wand darunter machen das stört mich übrigens ich kann das fahrt mich grad ultra ab mann halt zum beispiel mit den kanalpunkten ja es funktioniert nicht man der sound kommt hier ja ich höre es nicht an der stream kommt eigentlich auch nicht rein ich weil ich finde den fehler geraten versuch gerade auch mit dem monitor beppo wann gehst du nach paris am samstag ja du passt dann auf ne du weißt wegen den bettwanzen jetzt ohne scheiß ja das sowieso ganz paris ist voll lass dich auch bitte nicht abstechen und nicht erschießen das ist ein erwachsener man da war ich schon wieder tot und ich bin schwarz ich bin da ja gleich gesetzt das stimmt ja ich wäre sofort weg weißt du leute haben da mehr probleme ich bin auch klein wurdest du schon mal beleidigt mit den quasi beppo wurde letztens noch im stream so beleidigt ja als nega und so ja als andere wort mit i ist traurig i nega ich mag das wort nicht ja ich sag immer regen aus glückwärts ich sag immer regen stark pigmentierte menschen ich hab so viele dinge ich hab so viele dinge ich hab mal gehört pigmentstörungen und 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 beppo ist ne einzige große pigmentstörung mir ist es so lang wie bräut die ganze scheiße wenn ich jemals mitbekomme dass jemand das gute wort zu beppo sagt und klatsch ich dem einen dann geh ich da hin mit meinen 1,60 und ich klatsch dem einen ich lass das kalt weißt du solche menschen wollen nur provozieren und einen provokern kannst du nur kontern indem du ihm keine aufmerksamkeit gibst mischt er jetzt nein du musst mich lassen weißt du warum weil ich hab auch das recht meine aggression auszuleben und ich will meine aggression in dem gesicht von der person auslesen lass mich weppo ich mach das ich hau die alle weg ich spuck wie ein lama ich treff alles ich spucken wie ein lama ich weiß jetzt nicht ob das positiv ist oder negativ aber ich spuck wie ein lama jetzt mal eine flasche bibi sag mal deine flasche die wollte ich ihm eigentlich auch kaufen aber die ist nicht so toll glaube ich nein der Deckel 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 das kannst du rausnehmen aber wenn ich das rausnehme und trinke guck dann schütte ich das alles auf mich guck mach ich so und dann geh ich duschen ich hab's nicht so mit trinken ich schütte mich immer vor und dann machst du das rein und dann ist das kleine die Öffnung und dann das hier ist der Deckel das hier ist der Deckel das ist die Deckel 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 Ecke ich würd sagen ja warum höre ich den sound einfach nicht, das fuckt mich einfach an ich fuck so vieles ab, du bist in der Welt von sehr vielen fuckt ups guck mich nicht so hasserfüllt an bitte ich kann von jedem einen hasserfüllten blick ertragen aber nicht von dir ich weiß es nicht gemeint aber ich wo hast du deine sound alerts her, den ton schau mal ich hab ja diesen extra ja ich hab alles gemacht das wird mir auch angezeigt ja ich hör aber den sound nicht warte mal kurz Beppo ja du Schwein genau ich hab nicht gehört Beppo was rülpst du einfach so ins Mikro du schockierst mich du Schwein du bist hier der Schwein ich bin kein Schwein ich bin niedlich ein niedlicher Schwein nennt man ein Ferkel hier spielt gerade jemand Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh oh mein bester freund hängt ja da drin im Chat ich der beste freunde hast du einmal ist es der, einmal der du wechseln also Ilja Ilja ist der beste freund aus deutschland ich würde sagen Tom, Paul, Andy weil das sind meine freunde aus der schule noch Tom, Paul, Andy also beste freundin habe ich nur Alessandra aber Ilja ist mein bester freund aus deutschland und die drei Jungs halt Beppo ist nicht mein bester freund Beppo ist ein bekannter danke das war ein Scherz Familienmitglied sag einfach meinem Bruder mein leiblicher Bruder bist du mein Bruder Beppo du hast aber ne ganz andere Farbe wie ich ja schön meine Schwester es ist auch weiß ist die vom Postboten? ne wir sind alle adoptiert kennst du deine leiblichen Eltern? ne willst du? äh selbst wenn ich es müsste geht es nicht oh sind die gestorben sind die tot ne ich bin so kalt gerade tut mir leid aber ne es gibt keine Spur ich hab nix in den Papieren stehen achso wo wurdest du denn gefunden? auf der Straße echt? oh was? du wurdest einfach so freigesetzt wie ein Hund oder? ja ach laber kein scheiß doch das passiert in Indien viel wie soll wie soll wie soll wie das geht doch gar nicht das funktioniert nicht doch in Deutschland gibt es wenigstens BB Klappen aber ja so sitzt du das Kind einfach in die Klappe rein also ich denke das ist noch die beste Lösung in Deutschland in China werden sie einfach umgebracht Bibi du kennst das doch in Deutschland die Klappen wo du dein Baby rein legst und das wird dann reingeschoben und dann bist du es los und da sitzt jemand 24 Stunden und der nimmt die Babys dann rein normalerweise ist es eine Kirsche oder sowas eigentlich von verschiedenen Krankenhäusern hast du das weil jede Klappe ist eigentlich ähm sobald sie geöffnet wird wird ein stiller Alarm ausgelöst damit sie wissen dass ein Kind drin ist dann kommen sie das abholen dann wird das durchgecheckt dann kommt es wahrscheinlich auf die Waisenliste Heim, Jugendamt aber das geht mir nicht aus dem Kopf sagen wir mal die Mutter ist jetzt Ding okay nimm die bitte das nicht über Beppo das verstehe ich jetzt nicht sie hat sich jetzt nämlich auf die Welt gebracht okay dann bleibt nicht immer sie hat doch quasi die Pflicht dich äh die Pflicht äh nicht zu ab einem gewissen Zeitpunkt also das äh das Kind bei ihr ist nein Bibi das ist Indien Indien hat doch nicht die selten Standarte als Deutschland ach so ist das in Indien passiert ja er ist in Indien er wurde in Indien auf die Straße gesetzt also wurde zu nicht im Krankenhaus gebaut und so ne zu Hause nehm ich an ja an alle Agents hier Faye Lau spitte unsere frotige Verstärkung bei der City aus das ist hart also hier ist kaputt Entdeckung warum warum er hat doch jetzt ein er hat doch jetzt ein besseres Leben bestimmt als damals ja das das auf jeden Fall das auf jeden Fall auch wenn man sauer sein kann nein die Eltern haben das wahrscheinlich aus Liebe gemacht um dass er am besten doch dass er am besten mögen hat du weißt ja nicht ob sie ihn da hingesetzt haben wo sie wussten dass jemand eben so grundsätzlich ist es ähm in Indien sehr komisch wenn ein Junge ausgesetzt wird weil es gibt eine Regelung bei den äh in der indischen Kultur meistens sind es immer Mädchen die zu adoption frei sind weil ähm arme Familienverhältnisse können sich nicht leisten immer ein Mädchen zu haben weil die Regelung ist wenn das Mädchen äh in eine Heirat geht müssen die Eltern die Heirat und auch für das so gerecht äh also die Besorgung der anderen Eltern muss alles über die Eltern vom Mädchen laufen ja das heißt die müssen für die anderen Eltern zahlen wenn ein Mädchen verkauft das heißt die ungebrachte oder aus ja 10 China du hast die Ein-Kind-Politik in China sollst du nur ein Kind haben wenn du zwei Kinder hast wenn du zwei Kinder hast du bist du gestraft wurdest du gestraft das heißt du musstest mehr Steuern bezahlen als andere deswegen wollte jeder einen Jungen haben weil der mehr gebracht hat und wenn dein erstes Kind ein Mädchen war haben sie das ähm erstocken erstocken erstockt oder so damit sie es nochmal versuchen konnten den Jungen machen dann ich glaub nicht ich hab das in der Schule gelernt die Ein-Kind-Politik Mädchen wir können durch das Dach rein Mädchen bringen nix und dann haben keine strafe ich weiß ja nicht da muss doch die polizei was damit jetzt aber so weit schon in jeder in die in jeder stadt gibt es doch gibt es eigentlich auch regeln so ja aber das sind keine priorität muss dir vorstellen mein mitarbeiter hat ja eine brasilianerin die ist richtig ihre eltern leben ja in der gegend von wie heißt es jetzt noch mal vom rio und glaub mir da ist es wirklich die polizei da werden jeden tag so viele leute auf der straße umgebracht das scheren schätzt sich die polizei nicht für klein kriminalität die alle hände voll zu tun haben mit den großkriminalität mit drogenmord und vergewaltigungen die mexik das heißt du wirst bestohlen das ist ihnen polizei scheißegal das ist nicht ihre prio die haben da banden genau aber ein ganz andere prioritäten am tag zu regeln wie da jemand der ein kind auf die straße setzt das ist ihnen sowas von egal weil die andere probleme jetzt haben sie mit dem banken krieg haben sie leute geköpft und sie haben die leichte damit sie dann die touristen sehen man liest du keine zeit fang mal an bei euch sind sie anders als bei uns das ist in luxemburg hast du das mitbekommen von der frau mal die da abgemuchst wurde von ihrem mann da war doch diese frau verschwunden von 58 jahren ja die wurde ja im wald also der mann ist zur polizei gegangen und hat sich gestellt dass er sie ähm erstickt hat und er hat sie im wald verbuddelt ja und ähm ein arbeitskollege von dem kennt den typen also den mörder und der hat sie erstickt weil sie fremd gegangen ist deswegen hat er sie abgemuchst gut mord ist nicht wirklich eine gute sache aber irgendwo kommt kaum mehr immer ja anscheinend hatte er einen blackout er hat sich abgemuchst verbuddelt und dann ist ihm bewusst geworden was er gemacht hat und deswegen hat er sich dann gestellt gut äh das ist das gleiche wie ein schiffling äh die nehmen tippt äh koppel äh oder schrotflint der schosswert ja der ist sie lange drinnen hatte ja ganz einfach ähm da war es ja auch so die äh dieses paar das die haben einfach andere leute schikaniert richtig schlimm und der eine napper hat es irgendwann sagt gehabt und hat sie auch gemacht jetzt abgeknallen weißt du noch der eine typ der die frau wochen lang drinnen liegen ja das war die schwester von einer arbeitskollegin von mir das war ihre schwester die da verwest ist im zimmer kontaminierter bereich naja ich muss doch so lachen ich hab heute ne mail bekommen ich muss mich kaputt lachen ne kundin schreibt uns so ne mail hallo ich bin die schwester von na 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 lebt da und da ähm sie ich wollte ihnen mitteilen sie ist verstorben wir haben sie tot gefunden am freitag da musste ich ein bisschen lachen wir haben sie tot gefunden am freitag gut äh wenn meine schwester so hoch wenn er über das appartement ist äh die alle frage stürfen du könnt Mädchen rufen hier auch hinter der Hölle für mich kommen gleich dort im zimmer hm meine schwester hat absolut keine Bock äh meine schwester wird einfach sein fritt abgeschickt ich glaub meine Eltern hatten auch Freunde die sind abends ins Bett gegangen und morgens ist der Mann aufgestanden und hat alles fertig gemacht sie war tot die ganze Nacht schon sie hat einen ähm Schlag gemacht im Gehirn in ihre Schlag ja er war er war er er war fertig mit den Nerven weil die war die ganze Zeit tot da kommen Gegner aber das geht schnell das bist du innerhalb von 2-3 minuten bist du weg oder die eine die da überfahren wurde in ähm Meido ja Bibi ich kann dir da ein Video zeigen du siehst nichts ne du siehst keine Leiche oder so aber holy fuck du kommst dir vor wie bei Fast & Furious ohne Witz ohne Witz mit dem Weltautos los nein 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 das war ein Unfall ich hab das Video nämlich bekommen wegen der Versicherung ähm ich weiß gar nicht ob ich hast du das Video damals gesehen Beko? äh ne ich weiß es hat halt die Runde gemacht auf Facebook und wir mussten das sehr schnell unterbinden ist schon komisch hier zu sein wo alles begann weil die Frau wurde nicht gefunden bis wir das Video gesehen haben und da haben wir gesehen dass sie in den Wald geschleudert wurde und daraufhin haben wir die Leiche gefunden ich weiß nicht ob man das sieht weil ich schick das Video echt nicht gerne weiter weil ich mich halt strafbar mache weil ich muss es nochmal gucken aber es ist also die Leute sind alle sehr schockiert davon das sieht nach Ärger aus das erstes Mal als ich es gesehen habe ich habe gedacht ich habe einen falschen Film habe ich glaube ihr seht das nicht oder das ist hier oben da also das ist die Tankstelle hier oben geht eine Person und da kommt jetzt ein Auto geschossen mit so einer so einer Wucht das habt ihr noch nicht gesehen ok ich zeig euch seht ihr die Person? ja daraufhin haben wir er hat sie in den Wald geschossen als wir das Video gesehen haben guck da kommt die Person jetzt ist hier die Person nicht ja aber du siehst das Auto da ja warte wieso aus denen sie rumkommen da da ist die Person wir haben sie nicht gesehen wir haben nicht gewusst dass jemand gestorben ist weil sie ist sie ist von der Straße der ist gegen eine Wand gefahren und sie ist von der Straße in die in den Wald geflogen und als wir das Video gesehen haben haben sie nach der haben sie gesucht ja jetzt ja auch voll wie den anderen jetzt nochmal gucken es wird ihr seid ja nicht willkommen wir haben sie gerne fliegen sehen aber da ist sie da kommt sie das ist hier um die Ecke bei mir die Sache war wenn du vom Flughafen kommst gehst du so kommst so eine Waldstrecke und hier hier ist ein Bus und ähm es sind nämlich zwei Personen gestorben damals ja und die Frau ist hier auf der Gegenseite hier einfach gelaufen und der der Typ ist hier mit 80 glaube ich geschossen gekommen und da war ein Auto hinterm Bus der wurde überholen und er ist geschossen gekommen und ich um den zu krachten hat er rüber gezogen und ist noch in ein Haus reingefahren und er hat überlebt sein Beifahrer seine Tochter war tot und die Frau war auch tot aber er hat überlebt das ist richtig scheiße bei so einem Fall ist es besser dass du mitgrippierst hoffentlich können wir dort bleiben hast du den anderen gesehen den ähm wo der in die Sporthalle geflogen war jaaa in Belgien da hab ich auch im Video bekommen ich lieb warte warte ah ich hab die Gruppe für meine Arbeit wo dumm ich bin dann kennst du noch nicht Faceplit Alter Faceplit von Commerce ah hier sind die Videos die Fotos wir kämpfen hier denselben wir kämpfen hier denselben Kampf Max Heimer aber unsere Lage ist inzwischen wir haben manchmal Sachen ne wo wo die Leute fühlen sich sicher geht das jetzt nicht mehr das war ja der Fußballspieler kann genauso gut trögerisch sein guck solche Sachen schicken die sich denen in der Gruppe von meiner Arbeit aber du entscheidest Bruder kommen so ich komme so zack Unfall das hat mein Chef gepostet ok oder Chef ich hatte Unfall mit was ich hatte Unfall mit Tier was für ein Tier Fisch da liegt das ganze Auto und denn wo der hier der Tier gibt es den noch der hat einfach mal ob der Gach den olles Domot geholt hat ja das gibt es nicht mehr aber Bibi wir hatten einen Kerl so ein richtig richtig junger Typ ich glaube er war 18 hatte den Führerschein zwei Wochen mit der fetten Porsche Panamera von seinem Papa fährt er in eine enge Straße und hat acht Autos hinten so fest auf die Autos rauf gefahren dass die so ding 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 gegen den Baum der Baum ist umgefallen auf den Mercedes und der Mercedes ist noch rein in ein Fahrrad gedrückt worden natürlich jede Versicherung hat gezittert weil die Porsche Panamera muss alles bezahlen so so war die Porsche versichert Ravier Kadjika mit Führer für taktische Einsätze er ist dein Geil aber die Führer schrift er ist mit dem Auto Firmenauto von seinem Papa gefahren am besten verfolgen wir seine Spur und sehen wohin sie führt guter Junge wie läuft das eigentlich von 2 Milliarden Lux aus wie läuft das eigentlich das ist die Person hier alles wenn es wenn es unsere Versicherung gegen unsere Versicherung ist machen wir die Akte auf den Schuldigen auf und dann bezahlen wir aber ist es darfst du überhaupt Videos annehmen von denen ja ich finde sie lustig ich habe auch viele dashcams von Tesla wo das Auto nach Tesla sind gut aber sowas auch gerne ein Tesla holen der ist schön was glaubt eigentlich was hier los ist das ist kriegt ich habe hier alles versucht China hat es auf uns abgesehen in dem Moment wo wir anfangen Fortschritte zu machen stehen wir wieder hier und streiten rum mir reicht es ah ja der Tesla dieser Dreckskerl muss sterben und es ist mir egal was wir dafür tun so läuft und wir uns dafür verbünden müssen und mich hier sitzt da wie der letzte Penner tut mir leid es ist nicht ihre Schuld dieser Friede war hart bekämpft aber er könnte er könnte sein T-Shirt aber wenigstens gerade ziehen wir werden ihn kriegen wir werden ihn kriegen das müssen wir den Kamerafokus schon rum so komisch die kann ich nicht ausstellen ja ich muss halt noch gucken manuelle Fokus zum Beispiel zum Beispiel ich habe meine Kamera nur Absicht nicht angestellt für Deutsch dafür dass das passt wenn ich Blut und das ist nicht weiß weil das ist übersteuert mit der Empfindlichkeit ich sehe Panda jetzt mal übelst fokussiert ich sehe keine 1000 Pixel ja weil mein Licht an ist welche Augenfarbe hast du braun ich habe mich das letztens gefragt doch guck ob sie einen Insta-Account hat gesetzt nein er hat braune Augen ich weiß es selber nicht ich habe glaube ich wie du weißt es nicht er hat braune Augen er hat braune und braun-grün ich habe braune ich habe auch brau-grün hast du jemals einen Inder gesehen der blaue Augen hat ich nicht gibt es aber nicht blau sondern grau grau ja ist sehr selten sieht aber fetter und geil aus wenn genau das gleiche mit einem japaner mit blauen Augen und habe ich auch noch nie gesehen zum beispiel die leute aus südamerika die etwas dunkleren da gibt es welche die haben richtig richtig azur blaue Augen sieht auch so übelst heftig aus so richtig dunkler Tum und dann diese hellblaue Augen da wird es nicht wiedergegeben wie es wird schon wiedergegeben im stream sehe ich das dass das schlägt auf ja aber das bei euch im stream taucht es nicht auf und bei mir taucht es nicht auf in den Ohren das Sound ist ja da ja dein Sound ist auf welcher Spur läuft der ja auf live das habe ich schon da habe ich nichts umgerührt das hatte ich immer so ich schwör der controller ist so fucking laut bei michi hast du mal in den Grundeinstellungen von deinem Alert Sound geschaut wenn du bei den Quellen auf den Einstellungen schaust ja ja die steuern ist ja da bei mir ist ja nicht die Quellen nicht auf stumm oder so irgendwas hat sich dann geändert das ist klar es kam jetzt einfach von heute auf morgen ähm kann es sein dass du vielleicht mal dein Headset für was anderes dein Mikrofon oder dein Headset äh anders benutzt hast ja ja das seitdem ich ein Update gemacht habe weil nämlich was passiert äh ist zum Beispiel auch Papier wenn ich mein PC mal äh wieder starte äh neu starte also dann stellt er mir alles wieder äh Mikro und äh Kopfhörer auf Default an äh und dann kann ich wieder alles neu einstellen weil dann höre ich nämlich auch nichts oder teilweise nichts warte ich probiere uns mal raus warte ich probiere uns mal raus wer kommt denn zu mit hm ich fühlte so traurig das Ding ist mir einfach unglaublich ich merke es auch selber ich brauche dringend 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 mein Rechner weil wo ich angefangen habe zu streamen bei mir sind die Frames die ausgelassene Frames sind richtig zack nix hoch ja das darf nicht sein und dann die Kodierung kommt einfach nicht nach hoffentlich werde ich es nicht bereuen sie reingelassen zu haben frag ihn mal schreib mal der Panda war live heute ich bin mal gespannt was er da schreibt wenn ich da eine kleine Dienstmacht wenn ich da eine kleine Dienstmacht mich ist richtig arrogant war da ist er den Unterschied zu erkennen er hat gearbeitet nicht keine Sorge wegen Rhodes das wird schon hoffe ich zumindest er ist ein guter Mann Prinzipien toll wir bräuchten mehr wie ihn was lach du aber wir brauchen auch mehr wie sie was lach du ich meine Prinzipien sind gut aber sie stopfen keine Mäuler oder schützen von einer Bande Rikers nein warte was ich brauche ist eine Tasse Kermits was 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 aber in der aller Christen Noes hey Agent geht es Ihnen gut wie wohin warte in wo 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 ich bin jetzt nicht okay ich bin nicht die 14 ich wusste wird mal geschrieben so schön der stream gerade per sofa hat man im tik tok gesehen ich bin jetzt ich bin keine schlampe ich bin nicht böse ich bin sehr nett du bist so eine kleine schlampe michi das mit überschrift bei dem tiktok gleich voll schuss für heute steht 2 Call of Duty MP3 Ja, heult grad Gibt das Beef? Was zum Schmutz? Ich bin nicht grade im falschen Film. Ist irgendwas passiert zwischen euch, als ich nicht dabei war? Nein. Hast du irgendwas gemacht, als ich nicht dabei war? Nein, was hab ich gemacht dran? Ich hab nichts gemacht. Ich schau auf alles, was mir heilig ist. Ich schau auf alles, was mir heilig ist. Auf alles, was mir heilig ist. Vielleicht hat der Philipp irgendwas dazwischen gezwischert oder so. Du warst ja dabei im Discord. Aber du hast doch gar nichts über mich dir gesagt, oder? Nein, nein. Ich hab dir nur gesagt, dass er mit dem Mordrechten... Ja, aber sonst hast du doch gar nichts gesagt. Du hast nichts böses gesagt oder so. Nein. Ich hab nichts über ihn gesagt. Ich schreib jetzt einfach, bist du auch sauer auf Milch? Ich geh eine rauchen, ich komm gleich wieder. Jetzt bin ich glaub ich auch auf Ding nach im Volk, glaub ich. Müh. Ich muss mal schauen, ob er mir im Volk ist auf dritt. Das muss ich mir jetzt geben. Ich bin in die Eleven, das muss ich ein bisschen besuchen. Ich bin in der Ere Ade zu haben. Ich bin in der Ere, ich bin in der Ere, ich bin in der Ere. Ich bin ich in der Ere. Warum wird meine Nachricht blockiert? Das ist doch gerade gleich am Heim. Ich habe nur geschrieben, das war keinesfalls böse von uns gemeint. Ich wusste nicht, dass sich das so gestört hat. Keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, was ich genau angedannte, weiß ich echt nicht. Ich glaube, er ist sauer, weil ich jetzt im Spiel bin. Weil du ihm? Nein, warum? Was hast du damit zu tun? Ja, weil du ihm alleine gehört hast. Weil? Weil du ihm alleine gehört hast. Weil ich ihn alleine gehört habe? Ja, du hast ja aber voll viel Zeit mit ihm verbracht. Ach, Bullshit, wo denn? Wo denn? Was? Spotify? Ah, Spotify wurde mir abgezogen. Nee, wie gesagt, ich habe ihm nichts angetan. Er kann mit mir immer ruhig reden. Ich habe ihm echt nichts angetan. Soll ich mich jetzt entschuldigen für etwas, was ich nicht gemacht habe? Nein, warum denn? Was haben wir denn gemacht? Er hat doch selber mitgemacht. Mit der Claire und bla bla bla. Denkst du, äh, mit diesen ganzen Kinderlieder, die er bei mir auch gepostet hat im Stream. Mit einem kindisches Verhalten. Was soll ich machen, Alter? Er hat nichts gemacht. Ich schreibe ihn jetzt. Wie alt bist du? Fünf? Er redet aber nur von dir. Er sagt immer nur von dem, von dir. Was für asoziale Wörter. Keine Ahnung. Ich glaube, er kommt mit meiner Redensaaten klar. Michi, du hast nicht viele Freunde, hm? Pass auf. Er ist mir auch quasi, der hat mich auch sehr abonniert. Ich habe gar nicht geguckt bei mir. Also nicht im Volk, auf Twitch, sondern der hat mir mein Abo weggemacht. Ich habe mir ehrlich gesagt scheißegal. Wo sehe ich das nochmal? Er muss mir ja zur selben Zeit wie du gefolgt sein. Ja, mir folgt er noch. Ja, mir folgt er ja auch, aber er hat mein Abo weggenommen. Wo sehe ich das? Ja, ich habe dir ein extra dafür im Programm. Ah. Ich versuch's jetzt, okay, ganz jetzt. Ja, das ist gut. Guck, ich bin sehr nett. Er hat doch gesagt, ich auch. Jetzt entschuldige ich mich und jetzt bin ich... Was ist denn... 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 Ich weiß nicht, was er meint. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, was du gemacht hast, warum er jetzt so sauer ist. Frag mich was einfach ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Na? Hast du 10 Euro für den Postfaden? Ne. Für so's 50. Für so's 50. Für so's 50. Und dann lef 50. Für so's 50, oder? Ja. Chöpfen bei dir. Hm? Geh'st du mal bei dir, ne? Du willst in der Milande. Was? Ich hab' schon... Schocken. Ja! Hi! Bist du für meine Milande? Ich denke, Mom. Schöne. 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 Ja. Das ist die Mom 7, okay? Nicht Jackson. Nicht Jackson. Jackson. Wichsen. Nicht. Oh Gott. Jeder hasst mich heute. Was mit Jackson? Was redest du da? Ich hab Kevin verarscht. Letztens bin ich ins Bett gekommen und er hatte ähm da lag Papier auf meinem Kopfkissen und ich meinte so du hast echt nicht gejackst im Bett und dein benutztes Jacks auf mein Kopfkissen gelegt. Doch hat er. Bibi, hast du dich asozial verhalten? Nein, wo denn? Wo denn? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn er... Wo hab ich mich aus... Weiß nicht. Wo soll das bitte gewesen sein? Er kam außerdem hier in Discord rein. Wir haben ihn doch nicht dazu gezwungen. Der ist ja daingekommen. Ich hab nichts gemacht. Ich schaue auf alles, wo es mir heilig ist. Ich weiß es echt nicht. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nie in sein Chat Jackson eingeschrieben oder weiß was was ich. Ich hab nur ein Tees reingeschrieben. Davon hat er auch 20 mal geredet. Was hat er mir nicht zurückgegeben? Den Mut. Er war schon sauer davor. Ja, deshalb schreibt er mich auch so privat an und schickt mir so... Mir auch. Die Pullover. Er hat ja noch gestern mit mir geschrieben über die Pullover. Er war doch noch vor ein paar Tagen im Discord. Oder bin ich dumm? Er war doch in Discord. Er hat mir gestern geschrieben aber er ist gekündigt. Abonniere nur noch, wo regelmäßig live sind. Gestern hat er mir das gerade geschrieben. Hast du ihm gerade geschrieben? Nein, nein, nein. Weil er auf sein Handy guckt. Ich würde ihn gerade so gerne reinschreiben. Problem? Bibi, es sind zwei Leute im Stream. Das ist wahrscheinlich du und ich. Vier Leute. Wow. Ich kann mir halt vorstellen, dass er einfach so angepisst ist. Ja, scheiße. Ich verstehe, Rhodes. Ich versuche gerade meinen besten Freund jetzt im Discord zu bringen. Roy oder Alexander? Nein, Roy, Roy, Roy. Jetzt fühle ich mich scheiße. Das ist meine Schuld. Ah, was redest du denn in Schmutz? Es ist dir die Pflicht, alles zu geben. Du brauchst dir doch keine Sorgen dazu machen. Oder was weiß ich. Wenn ein Mensch nicht will, der hat es schon. Ganz einfach. Ist doch scheißegal. Schau mal Philipp Anleiter, der sich bei mir verhalten hat. Denkst du... Wir geben nicht auf. Wie soll ich sagen? Soll ich jetzt dann auch angepisst sein? Und Leute so schlecht über den Leuten reden? Oder... Das ist dumm. Das ist kindisches Verhalten. Ein erstes erwachsener Mann. Weil er kann nur bloß nicht klar. Ist mir doch fangen, egal. Beppo. Hm? Lahnparty in Luxemburg. Bist du dabei? Wo? Erpeldorf. Wo ist das? Wo ist das? Erpeldorf. Mir danach. Da oben. Da oben. Für 100 Gamer. Freides von 12 bis 12, 15 Auer. 30 Euro. Tournoir. Tastaturweitwurf. What the fuck? Mario Kart. Golf mit a beer pong. Okay Mario Kart wäre ich noch dabei. Ich liebe es Mario Kart. Äh. Für die Gamings hat. Tower, Schirm, Tastatur, Maus, Sticker leicht leer. Ja. Das ist. Das ist. Das ist. so ein ganz ungehebbener Platz. Wo ich vielleicht nicht kann. Und so ein PC machen. Aber das ist ein Stream aus Pungaloo. Das ist Max. Ah, okay. Von hinten noch. Das ist Max. Und die. Ich hatte nur einmal mein PC irgendwo mit. Aber das war auch. Äh. Weil ich den Leuten absolut vertraue. Äh. Das. Ist von einer. Anderen. ASBL. Die. Auch regelmäßig. Ja. Die Sachen organisieren. Die Gaming Café. Ähm. Bei denen hatte ich mal mein PC mit. Und da hatte ich fast jemand. Fast totgeschlagen. Drei Typen. Da. Da. Ich. Ich weiß ja nicht. Ich lege einen Zettel extra auf die Tastatur. Nichts berühren. Ja. Aber das ist. Das ist. Das ist. Da gab es da. Und die. Gingen dann einfach ans PC. Und ich dachte nur. Äh. Seid ihr Analphabet. Dann könnt ihr nicht lösen. Du musst ja nicht gleich so drauf sein. Sag ich. Äh. Es heißt nicht anfassen. Also dann fasst nur mein PC nicht. Ja. Aber nicht so aggressiv. Du nicht lesen kannst. Ähm. Aber where the fuck is Irrful Denk? Ja. Das ist gut. Wenn das jetzt am Arsch von Luxemburg ist, ne? Vergiss es. Ich werde meinen Arsch nicht bis oben ins Land warten. Das ist gut. Wenn das jetzt am Arsch von Luxemburg ist, ne? Ich werde meinen Arsch nicht bis oben ins Land warten. Wer kennt Drohnen in und aus? Ja. Es ist bei B-Fort. Haha. Where the fuck man. Button door. Wieso geht ihr so weit? Das ist in der Nähe von Hosen. Warte. Ich guck mal. Ich guck mal, wie weit es von mir zu Hause ist. Mein Auto kommt von da. Ah, ich brauch 30 Minuten bis dahin. Das geht's. 30 Minuten ist in Ordnung. Mein Auto ist von Mokasinsmacht von Hose. Ach. Also kannst du... Das... das geht aber... Aber... Es ist wieder ne... Ultra... Nicht jederzeit. Es ist ne... Es war Gilsdorf. Angeldorf. Attebrek. Wacht nev. Ich hab meinen Arbeitsbesten. Der wohnt... Der hat mich auf seine Helving-Party eingeladen. Aber der wohnt so weit weg, dass ich dachte, mach deinen Scheiß alleine. Ich fahr nicht bis ähm... Gimbuktu. Ach, hier. Wahlhausen. Wahlhausen, what the fuck? Wenn das bei Holztum Burscheid dickt. Ja, ähm... Bei Marnach, weißt du? Ja. Wölverwolls. Sie sind schon ein Kalibrer, geil. Ich schwör, er war so... Ja, er hat mich auf seine Hochzeit eingeladen. Das war da in der Gegend. Ich hab nein gesagt. Das war jetzt so weit weg. Und äh... Da hat er mir gesagt. Ja, du fährst bis nach Stuttgart. Aber du kommst nicht auf meine Hochzeit. Und ich sag, ja, Beppo. Stuttgart... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da... Was Toller. Hast du die Postleute, weil... 99,98... Nein. Das ist Sassel, der ist ein Spitz von Lützebüch. 99,98... Ja. Das ist Sassel. Vielleicht wampisch. Ja, der ist ganz, ganz, weil ich nur habe. Elektronisches Gerät erkannt. Transceiver gesichert. Ja, das ist ein Kalibrer, Guern. Ich könnte... Boah. Aber das wird nicht mehr... Äh... Postleute 12. Also, du musst sagen, wenn du die Häuser guckst, ne? In Luxemburg. Die Häuser da oben sind wunderschön. Ja, okay. Du weißt ja schon, dass alle Multimillionäre von Luxemburg da oben leben, weil es eine ruhige Gegend ist. Das ist so hübsch, Mann. Ich würde sogar da oben arbeiten. Wäre mir scheißegal. Die Reichen, die in der Stadt Luxemburg leben und so, das sind nur die Angeber, die Spießer. Die Penner wie ich. Aber die, wo das Leben genießen und einfach eine ruhige Hugel schieben, die leben da oben. Ja, ich wollte aber nicht da hinziehen und dann jeden Tag eineinhalb Stunden brauchen bis zur Arbeit. Weil wenn du Kinder hast oder so, bin ich mehr am Auto als bei meinen Kindern. Du willst doch keine Kinder. Ich will keine Kinder mit Kevin. Okay. Was ist das? Ich will Kinder aber keine Kinder mit Kevin. Ich will heiraten aber ich will Kevin nicht heiraten. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Ich kenne Luxemburg absolut gar nicht. Ich war einmal in dem Shopping-Center Maaßen da. Ganz oben, weißt du. Das war echt traurig, dieses Shopping-Center, muss ich sagen. Ich muss einen Winkel sehen, was ich auf dem Shopping... Ich bin ein Ding, wo mein Papa... Ich versuch mal bitte im DC... Mein Papa war irgendwo eigentlich in einer Kuh... Aber mein Bumann ist, am Moment zu köln, an der Kuh. Ich bin ein Ding, und das kommt wirklich nicht. Das ist wirklich richtig. Ich bin richtig, mein Papa war der. Ja, an dem der Rhea denktat, er ist mega gut. hier ist mega schön und ein mega schöne büsch und römmert dem schöne seine seine meine oma ist gerade aber das ist gar nicht so weit weg weil guck jeff nur mein ex-freund der wohnt ja zu nerdingen zu nerden und das sind 40 minuten von mir ich bin da wo meine oma gerade ist ich meinte ja letztens mal habe ich ihn geschrieben und da meinte ich so ja ich meine oma jetzt weiter und kaffee trinken sagt deinen älteren bescheid dass ich komme und seine älter haben sich so gefreut ja ja ich bin pol santa jo grüß dich du warst auch schon ich krieg so viel amerikanischen scheiß einfach nicht du musst ein candy factory gut hast du jetzt mitbekommen, dass ein Auchan auch ein candy factory ist? er kriegt mal so geil den amerikanischen scheiß aber, um, klosch doch, du holst ein candy factory, du ich bestelle noch mal bei we delete, ob der aber stimmt nein, wenn es halber hier ist, gehe ich mit ihm nicht dahin ich gehe mal zum marzitico, ob du willst weil er hat das gub 86 für die schuhe und das ist ja original und da kann er sich auch für meine schuhe kaufen wie wie, ich zeig dir jetzt, wenn ich da bin ich werde keinen cent ausgeben aber du kannst dann schuhe angucken ich würde dann vom dann heuen ich brauche neue du kannst ja mit mir schuhe aussuchen kannst trotzdem kaufen, also ich kann kaufen und du kannst zusehen du kannst zusehen siehst du wie nett sie ist? ja ich würde die blauen niemals schuhe kaufen niemals die beiden sind schuhe niemals niemals ich weiß echt nicht wo das problem ist man ich krieg die sound alerts nicht ding abgespielt die werden abgespielt ja, aber da kommt kein sound in meinen ohren generell zum nachschub raum freigeschaltet ich will mit ihnen reden ich mache morgen ich mache morgen tisch tv abend mit jana ich weiß nicht ob du streamst wenn du streamst können wir es auch so machen also wenn du wenn du mich dabei dass wir halt im discord sind und ich mute mich ich habe meine audiospur ich habe meinen desktop spur ich habe alles hier warum das jetzt so von mir das zu einem problem macht weiß ich nicht ich stehe leiter auch nicht sagen ich habe so viele abos gekündigt morgen kann ich den ganzen tag youtube ich habe voll angefressen heute ist meine arbeitskollegen haben gelästert ich habe zugehört wieso haben sie gelästert und die lästern immer und da hat dann plötzlich jemand so gesagt so ja aber wenn wenn ich urlaub nimmt so heißt mein chef dann müssen wir gucken was wir machen und ich so warum soll ich urlaub nehmen ja weil er erwartet und ich so was ist so was eine frau schwanger er ist voll gegen kinder ich habe mal passiert ist ja ich habe jetzt geguckt auf facebook die sind echt schon sie nehmen sie ist mädchen und sie nehmen es aria 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 ich hatte heute einen kunden der hieß raffaele ich müsste so lachen raffaele delfino voll süß hast du von dem kunden mitbekommen von freitag das war mit dem der wollte meinem arbeitskollegen die fresse einschlagen ah ja das habe ich mitbekommen naja wir warten immer noch dass er wiederkommt ja gut das kenne ich wurde ich auch schon so beläutig er kommt einfach nicht komm zurück ich schaue auf die fresse oder ich warte auf dem parkplatz komm weißt du was ich gerne sehen würde was ich bin ja klein ne das sieht man ja auch sofort hinterm kundenschalter wenn er so sagt ich schlag sie ich schlag sie zusammen wenn sie rauskommen ich würde am liebsten aufstehen und sagen okay komm komm wir machen das vor der tür sechs leute gucken zu ich würde so gerne sehen ob er mich dann schlägt wenn er mir zuerst eine schlägt darf ich dann zu zurückschlagen bitte schon wenn ich ihn anspucke ist das ein angriff streng ja wenn du als erstes ihn anspucke ist das eine provokation das ist schon eine körperverletzung vielleicht wollte ich daneben spucken trotzdem das ist eine das war ein versehen ich lasse immer die leute zuerst zuschlagen dann falle ich nicht in die verantwortung wenn man mir eine schlägt liege ich auf dem boden ich bin ein standgebläse musst du stand halten du haust mir eine und ich liege flach und kevin stellt sich nicht vor mich der läuft weg der läuft echt weg der würde mir nicht mal helfen du hast das provoziert guck dass du klarkommst komm hau mir eine Kim du weiselt ich werde das so feiern wenn mir jemand die fresse poliert ich werde das so feiern Gott ich würde so zuschlagen wenn ich könnte weißt du was das bestee wär so ein Typ, der mir an den Arsch fasst. Ich könnte so zuschlagen. Oh mein Gott, ich fühle es schon in meiner Hand. Kevin würde dann sagen, ja, ich verstehe es. Nee, nee, es war mal ein Typ, der wollte. Ich weiß nicht, wo es war. Ich glaube, es war, ähm, und ich habe mich weggezogen, da meinte Kevin, ja, aber ich verstehe, dass er dir an den Arsch gehen will. Geht es noch, wenn ich frei bin? Ey, der Ding ruft mich an. Michi? Chris, Chris. Hä? Jo. Nichts bei dir, aber es geht ab. Ich weiß nicht. Nein, nein, ich war vorhin live. Oh, das ist dieser Chris, weißt du, Support ist kein Mord. Was machst du? Ja, ja. Ja, blöd, ja. Bruder, hör auf doch zu trinken. Das ist doch nicht gut für deine Gesundheit, Bruder. Wenn du so viele Probleme hast, dann machst du dir noch mehr. Und warum ruft er dann Salva? Der Steger ist gerade live. Ja, ich kann mich jetzt nicht besperren, wir sind seit Tagen wieder live. Warte ein bisschen. Warte mal, ist das jetzt viel Schmutz? Ja, Bruder, du brauchst halt richtige Leute an deiner Seite, dann geht's schon. Ja, hat er mich nicht weggeäckert. Bruder, du brauchst nur die richtige Frau an deiner Seite, dann hast du eigentlich alles. Aber du brauchst nur die Frau. Support ist kein Mord. Ja, wenn die richtige Frau da ist, man... Du brauchst Frau, Bruder. Du brauchst Frau. Hättest du Kim nicht weggegeben? Ich hab doch keine Frau. Was steht denn nicht auf Frauen? Ich bin noch Solo. Ich bin noch Solo. In Deutschland ist das ja ein sehr großes Thema momentan. Man weiß es nicht. Ich mach das schon. Ich hör gar nicht, was du sagst. Ich verstehe es nicht. Kommt noch. Kommt noch. Na ha, die reden von mir. Ich versuch grad hier ein bisschen mein OBS hier. Funktioniert nicht. Chris, Chris ist... Beppo, Chris ist angepisst. Sehr gut. Bei Panda mich Chris weggenommen. Okay. Kriegst du schon hin, oder? Weil Chris wollte mich. Aber ich wollte Chris nicht. Nee, bei Playstation. Ist doch kein Eigentum. Ja, meh. So, gleich lange neben dem Alter ist zu spüren, beim Salva, das lebt, siehst du. Also, mir sieht mich spiel denn auf Doro Pina aus, weil da gehen wir alles weh. Ja? Ich zog zur Zeit Pokémon habe ich mal gespielt. Pokémon genau. Wüsste. Schon mein Rischlisch gemacht. Ich muss sie nicht mehr noch richtig posten. Ich schon mein Rischlisch aufgemacht. Ich schon sagt, kein Aufgriff. Schon immer Kamellen. Hab ich nicht gemacht. Hab ich gerade nicht. Noch den Kamellen. Hatte ich keinen Bock auf das... Kamellen, ein Monster. Das ging, ja. Ich habe schon zwei Seriös-Sachen drangemeldet, wovon ihr schon in der Tür geschmelt machen. Aber, mein Rischlisch geht nicht über 40 Euro. Ich habe schon leiter Snudien dran. Die Größe sind alles so, auch so für 1 Euro als das billigste Mengen. Das ist so ein ganz kleines Kamellen. Ja, Sondien sind ja teuer, im durchschnitt denke ich auch so viele 15 durch immer das sind die größte kammerle aber direkt zu 66 mal 150 kommen zu die klinke stoffe kurz ich sag ihm da soll sich mit mir ausreden dann hat er jemanden an seiner seite ja ja ich hab's mir mal vorbestellt schon was sieger zu machen der ist live mussten support man support ist kein mord bruder wie du hast den ganzen account gelöscht schon wieder hast du dich mit sieger gestritten warum hast du den account gelöscht ja bruder dann lass doch den account auf seite ich hab's ja auch pause gemacht du bist es noch berein jetzt hast du jetzt hast du den c komplett allein gelassen und wie ich gesehen habe hast du ihm auch noch ein spiel geschenkt du hast Lotto gewonnen so ehrlich man deshalb bist du weg von Twitch du hast Millionen auf dem Konto jetzt gemacht ja das ist das Problem vom Salver bist du ja das ist einfach zu live dann hast du wirklich dumm und er tut er sagt es schaut ihm schon rein wie gut und steil zu kommen vielen lieben Dank hab ich brauchen Geld man um glücklich zu sein er hat mich mit dem Kimmel läuft alles wunderbar alles top 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 kommt alles mit der Zeit alles mit der Zeit nachzuurteilen sind sie in gewissen Angelegenheiten unterwegs und nicht um eine Katze zu adoptieren die Agents haben hier Zeug für sie deponiert sagt der warum lachst du ich muss da so lachen bei dir weil ich zwischen diesem Vorfall was da war ja alles schon mal gut aber wie gesagt alles normal lockerflappig und alles wie zu sagen das reicht mir offenbar hat der Nair seine Drohne aus seinem verlassenen Gefängnishaupt steuert okay ich hör dir zu du machst Unterschiede aber okay du hast für Unterschiede nein nein ich nehme nicht auf mit was soll ich dich aufnehmen ich hör dir zu nein nein ich nehme dich nicht auf Bruder ich denke bitte nichts falsch ist ich nehme dich doch nicht auf warum denkst du dass ich dich aufnehme Bruder ich hör dir grad eben zu ja der hat mit dir gar kein Problem oh mein Gott warum bin jemand mit dir ein Freundes ja das hast du mir grad eben vorhin erzählt du bist jetzt bei Kicker anfangen ich habe bestimmt eine behinderten Seite damit man kann ich habe ein Problem ja probieren wir es mal dort mal versuchen oder versucht auf TikTok kann ich schon den hast auf den typischen einfach aufstand half und den leut ja schau mal guck da gibt es hier Menge Menge im Salva und mit dem zu schätzen Ich muss einfach Ausmaer je geiler Stammkriegen für diese Sache, wirst du? Bringt ihr nicht. Ja, und dann muss ich's machen, krieg's Geld. Weiß ich. Stehst du, Papo? Ja, ich versteh'n, er war... Du bist wirklich froh, mein Salver, wirst du? Du bist wirklich froh, mein Salver. Ich bin in der Nähe. Ich will mich auch extrem und das Salver gehangen, wirst du? Wann immer das lebt gut, du bist geil. Ich verzeih' ihn nicht. Hey Bruder, warte, hör mal, ich krieg' grad'n Anruf von meinem besten Freund. Ja, ich guck' später nochmal an. Wieso? Krieg' grad'n Anruf. Okay, schau, schau. Ja, frei. Ja, ne, ich hab' grad' eben telefoniert. Ich hab' zu dir gesagt, komm' mal bitte in Discord. Und dann komm' mal rein im Wartezimmer und dann zieh' ich dich unter. Bis gleich, schau, schau. Der Chris ist nicht normal in der Bühne, ohne Scheiß, der... Wie, was hat der denn bei mich jetzt gelabert? Der ist besoffen. Der ist alles besoffen. Der ist, glaub' ich, auf Track oder so. Ja, du hast, hat er so gespielt mit mir. Nein, nein, hat er so mit dir reagiert, wenn er besoffen war? Ja, ja, ja. Ja, deswegen bin ich rausgegangen. Was hat er denn gelabert? Hatte er sich mit Steger... Ja, nein, 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 das nicht. Steger, beste Mann, immer noch hat seine Account vergelöscht. Ja, wie immer. Beste, wie üblich. Was will er jetzt von mir? Gar nix, so, wie läuft's mit Kim? Ich so, wie soll's laufen? Gut, gut, tippitopp, hab' ich gesagt. Dann meinte er, so, machst du dir klar? So, dann hab' ich angefangen zu lachen. So, Junge, es kommt so wie's kommt, man. Mit ruhig, Brauner, ruhig. Was machst du denn? Was bin ich für euch? Ein Püppchen, was ihr vögeln könnt, oder was? Der, hey, beschuldige mich bitte nicht. Ich hab' nix gesagt. Warum sollte jeder mich klarmachen? Das nervt mich. Aber zumindest finden jeder Teile seiner Augen. Ich hab' doch kein Ruhiger gemacht. Auf jeden Fall war er richtig drauf. Er war verdammt drauf. Ich weiß nicht, was den Drogen, die er sich zunimmt, aber Alkohol auf jeden Fall. Feindliche Stürmerdrohne entdeckt. Ja, er meinte, er hat jetzt mit Twitch nix mehr zu tun. Er wird jetzt bei Kick anfangen. Geht vielleicht, wenn man keinen Account mehr hat bei Twitch. Ich werd' ihn so lange melden, bis er jeden Account weggekommen kriegt. Das Ziel befindet sich in ihrer Nähe, Agent. Das ist immer noch nicht drin. Schöpappel, du kannst nur in 4-3-Wenn-Jahre stillen. Ich muss ein Foto machen, wenn man es kapiert. Erzähl mal wirklich kurz im Stream, wenn ich weiß. Ich weiß das. Ah, mir sind immer Dramen. Du musst wirklich lehren drüber zur Stunde. Das ist immer, das ist immer, weißt du, keine Ahnung. Du willst den Eben spiechen und den anderen spiechen. Nein, weißt du. Du musst bewusst hin, das ist immer wie die Last höher so stehen. Obwohl, ich schneisch mal, Bippo. Du musst bedenken, Bippo, in dem ganzen Szenario bin ich immer die Hure. Ach, Bullshit. Hör auf, dir immer die Schuld zu geben. Du hast damit nichts zu tun. Weißt du, was ich sage? Das ist einfach der fucking Neid. Verstehst du? Das ist der fucking Neid. Ja, wenn du sowas siehst und merkst, dann weißt du auf jeden Fall, dass dieser Mensch falsch ist. Ganz einfach. Du musst dich ja mit diesem Menschen nicht so abgeben. Sowas verletzt mich. Ja klar, verstehe ich. Das ist jetzt voll traurig. Aber jetzt gibt es Menschen, die es halt nicht so sehen. Lass dir einfach Leute reden, da rein, da raus, fertig. Deswegen habe ich gar keinen Bock mehr zu tun. Da dachte ich, mimm ihn auf. Genau so wie damals mit Ruppelhase. Ich bezahle dir ein OnlyFans Account. Schlaf, Kevin! Was? Der schickt mir die ganze Zeit diese scheiß Videos. Ich guck mir keins an. Ich guck mir keins an. Schon seit Wochen nicht mehr. Ja. Was für Videos. Blöde Videos. Blöde Videos. Blöde Videos. Blöde Videos. mir hat gerade eine unbekannte wenn das jetzt chris ist nach wie ich war ich war dann rufe ich dem jetzt an schreibe ihn zusammen wie es seinen jahres ist christ entweder ist es aber wie oder es ist christ oder jeder will mich einfach ich werde ihm am liebsten schreiben was willst du er hat mich stehen das ist oder ja dann gibt man guck ihn traurig mit welchen jana nene er schreibt ich schreibe was ich bin abgefuckt ich habe ja gesagt vor allem und ich habe im selben atemzug gesagt dass ich ihn hasse ich werde die mani liebsten jetzt sagen und als halber mich klar machen möchte mit dir reden ja rede aber sagt nichts mit klar machen oder so weil er dachte dass ich aufnehmen oder so er dachte wirklich nicht mal möchte mit dir reden über ich kann die kälteste schlampe sondern wie du findest das kann ich nicht alles alles aber alles reden vielleicht will er sich bei dir zu tiefstem herzen entschuldigen wie er dich damals verhandelt prinzessin kommen noch zu weil ich ja gesagt hat du brauchst eine frau man schreibt doch geld los war damit gemein geboren er will über alles reden jetzt und sofort okay dann rede oh mein gott ich habe ich habe nur geschrieben dann rede ich bin sehr kurz ich bin sehr kurz nein wenn du mir wehgetan hast es vorbei ich kann dir heute so gehen und wenn sie weg erstmal nehmen kann ich ausbüroh probiere die hauslake ich bin lass uns telefon reden ja okay man geht an und macht laut sprechen er macht wahrscheinlich video der ist drauf ich sag dir der ist drauf der ist besoffen ich nehme nicht an wenn er video macht entweder redest du normal entweder gar nicht ich will mir diese show geben jetzt oh guck warte warte jetzt guck er ruft an ja 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 wie geht das jetzt wunderbar an dir ja dann leg mal los rede okay ich rede ich rede ich rede ich gebe viele Sachen die mir einfach an bestätten an mir okay die sind ganz die sind ganz support etc du kannst doch aufnehmen mir scheissegal ich bin eh von twitch weg okay Okay. Ähm, sag mal so, ich hab mein ganzes Account gelöscht und ich werde auch nicht beurteilen. Ich bin richtig gut. Okay. Ich weiß nicht, ob du aufdenkst oder ob... ...machen wir nicht, dass wir feststellen. Warum hast du jetzt angerufen? Aber ich will dir einfach nur mal so sagen, ne? Du verstehst, was ich meine, oder? Was willst du mir sagen? Dass du von Twitch weg bist? Nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich weiß ganz genau, du hast mit dem Partner, ähm... ...Gute Arbeit, Agent. Wir übernehmen das! Letztens ne Konferenzkarte, oder? Ja. Und seitdem hab ich nichts mehr gehört von Steph. Ja? Ich wollte mich einfach noch mal ein bisschen anschließen. Mit der ganzen Sache, was da war. Ich mein's nicht böse mit dir. ... ... ... ... ... ... Ich mag dich als Person. Das ist keine Frage. Ja, aber die Sache ist für mich gegessen, Chris. Ich will weder was mit dir noch mit Steph zu tun haben. Warum? Warum denn? Warum denn? Warum? Warum? Ich will einfach keinen Kontakt mit euch beiden haben. Das ist doch mein gutes Recht, das zu entscheiden, oder nicht? Das finde ich so gut, oder? Nein, das habe ich nie gesagt. Das hast du jetzt gesagt. Ich will... Ich finde einfach nur, dass ich entscheiden kann, mit welchen Menschen ich Kontakt haben will. Und ich will weder mit dir noch mit Steph Kontakt haben. Nur weil sie so direkt sind. Das hat doch gar nichts damit zu tun. Ich will einfach keinen Kontakt mit euch haben. Das ist mein Recht, Chris. Ihr habt eure Entscheidung damals genommen, als ihr euch aus der WhatsApp-Gruppe gezogen habt, ohne mit mir zu reden. Ich habe jetzt meine Entscheidung genommen. Haben wir auch. Haben wir auch. Warum auch? Ja, und ich nehme jetzt meine Entscheidung. Ja. Du hast sowieso meine ganzen Leute für dir gezogen. Ich weiß es hundertprozentig. Welche Leute? Ja. Überleg welche Leute. Überleg welche Leute. Wen denn? Marcel war schon immer bei mir. Beppo war schon immer bei mir. Andere Leute habe ich nicht. Es geht nicht um Marcel oder Beppo. Es geht nicht um die Leute geht es aber nicht. Wieso geht es nicht, du bist? Gut. Ich verstehe deine Entscheidung. Ich wollte mich nur offen... Offensichtlich bei denen entschuldigen. Mehr nicht. Okay. Ist du... Ist du... Ist du... Ist du... Redest du hier echt von Gabi? Nein. Ich habe dir Gabi nicht weggezogen. wir... Wegen... Ich bin einfach Moral, Kim. Guck mal. Wir... Wir kennen uns jetzt... wir stream... Zwischen fünf und sechs Monaten. Und es ist einfach kaputt. Du hast mich weggeschmissen. Du hast mich weggeschmissen wie ein Stück Dreck. Nein. 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 Ich habe dich nicht weggeschmissen. Hast du? Chris, wir waren befreundet, bevor Steph in dein Leben gekommen ist. Ich war immer für dich da. Ich war immer für dich da und ich hab dir geholfen. Und du hast mich weggeschmissen wie ein Stück Dreck. Weißt du, wie sehr mich das verletzt hat? Ich hab dich weggeschmissen. Warum soll ich weggeschmissen? Warum? Versteht du das, Mann? Es tut mir so... Es tut mir im Herzen leid. Nein, tut es nicht. Du bist Steph hinterhergelaufen wie ein Hund. Und du hast dich gegen mich entschieden. Obwohl ich so viel für dich gemacht habe, Chris. Nein, nein, nein. Tim, ich hab mich nicht gegen dich entschieden. Warum soll ich mich gegen dich entschieden haben? Wenn du wüsstest, wie es in meinem Leben abgeht, dann würdest du dich interessieren, Herr Schütz. Ich hab mich mehr als genug für dich interessiert. Und wie gesagt, du hast mich weggeworfen. Warum soll ich mich für dich weiterhin interessieren? Nein, nein. Ich habe dich nicht weggeworfen. Ich habe dich nicht weggeworfen. Du rufst mir an, du rufst mir an, um mir hier einen Kommentar zu machen, ich hätte deine Leute weggezogen. Weil ich mich um Gabi kümmere. Weil es Gabi scheiße geht. Er ist 14 Jahre alt und er wollte sich umbringen. Ich bitte dich. Der Junge, der ist 14 Jahre alt. Ich bitte dich. Der hat dein ganzes Leben lang Leben noch vor sich. Der hat dein Leben noch vor sich. Aber trotzdem, Chris. Nein, nein, Tim. Nein, nein. Es geht nicht darum, ob er oder bla oder oder. Ich darf oder sonst was. Ich bin so alt, wenn ich doch. Ich darf. Nein, ich habe mich ja damit abgefunden. Nein, ich sage gar nichts. Du hast mich weggeworfen wie ein Stück Dreck. Ich wünsche dir alles Gute mit Steph. Ich wünsche dir eine super tolle Zukunft mit Steph. Und lass mich in Ruhe. Und lass mich und Panda in Ruhe. Nein. Wenn ich jemals wieder höre, Chris, dass du meinen Namen in den Mund nimmst und mit Panda irgendwie assoziiert. Ich schwöre dir. Ich werde nicht mehr nett sein. Das schwöre ich dir. Was habt ihr gesagt? Ich habe einfach keinen Bock mehr. Echt nicht. Hör auf. Hör auf auf, über mich und Panda zu reden. Es geht niemandem was an. Das, was zwischen mir und Panda ist, geht nur Panda und mich was an. Okay. Ich würde gerne machen, was du wolltest. Das ist keine Frage. Ja, dann red nicht darüber. Wo, bobe, redest du? Ich verstehe. Die und ich fand das. Mein Twitcher kann das gelöschen. Ich bin bei Kick bald. Ja, das ist mir scheißegal. Ich bin auch bei Kick. Bessere, bessere Plattform wie Twitch? Ja, das freut mich. Ja, freut mich. Viel Spaß dabei. Bessere? Ja, ich wünsche dir alles super Gute. Aber wo? Ich habe mich nicht weggeschnissen. Du hast mich weggeschnissen. Chris, das war vor drei Wochen. Das war vor drei Wochen und du kommst jetzt. Du kommst jetzt. Sag mir irgendwo. Wo? Du hast, selbst gesagt, ich bin Chris. Ich habe ein Alkoholproblem. Du hast ein Alkoholproblem. Du bist doch voll wie ein Loch gerade. Du redest mit mir nicht mal in einem Satz. Du Lulz. Du hast ein Alkoholproblem, Chris. Nein, nicht Kim. Ich wollte dir helfen, weil du hast ein Alkoholproblem. Nein, du hast kein Alkoholproblem. Nee, klar. Nein, ich will nicht mehr mit dir reden, Chris. Es ist vorbei. Warum? Du brauchst mich nicht in meinem... Du brauchst mich nicht in deinem Leben. Du kommst gut ohne mich, klar. Ich rede ganz normal mit dir. Du kannst froh sein, dass ich hier nicht schreie wie eine Furie. Ich will nichts mehr mit dir und Steph zu tun haben, Chris. Okay? Soll ich dir einen Vertrag schicken? Du musst dir draufschreiben. Ich will dich und Steph nicht mehr in meinem Leben haben. Okay? Kann ich dir noch deutlicher sagen oder hast du es jetzt verstanden? Du hast einiges bei mir kaputt gemacht. Ja, das stimmt dir zu. Wie gesagt, ich wünsche dir und Steph alles Gute. Ich wünsche dir eine super Karriere auf Kick. Nee, ich habe keinen Bock mehr mit dir zu reden, Chris. Okay? Es ist einfach für mich... Die Sache ist für mich gegessen. Chris, du hast mich weggeworfen wie ein Stück Dreck. Ist dir das nicht bewusst? Ich rede doch gar nicht davon. Ich rede von der Beziehung, die wir zwischen uns hatten. Diese Freundschaft. Die hast du kaputt gemacht. Nee, ich habe gar nichts kaputt gemacht. Wie gesagt, ich will weder dich noch Steph in meinem Leben haben. Ich wünsche euch alles Gute der Welt. Aber für mich ist die Sache vorbei. Weil ich... Ach, ich habe keine Lust mehr darauf. Warum muss ich mit dir befreundet sein? Steht das irgendwo in dem Gesetz? Habe ich da was unterschrieben oder wie? Ja, es ist geklärt. Ich will dich nicht in meinem Leben haben. Du existierst in meiner Welt nicht mehr. Steph auch nicht. Und ich wünsche dir alles Gute. So, aber ich besoffen. So. Toll, danke fürs Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dann. Tschüss. Er ist besoffen. Danke, er ist besoffen. Er ist besoffen. Er ist übelst besoffen. Aber er hat kein Alkoholproblem. Er hat die Wüchter mal nicht richtig gedreht bekommen. Alkohol, ich habe kein Alkoholproblem. Warte, ich ruf mal. Ich würde es mal am besten anwarten. Aber ich habe kein Alkoholproblem. Warte, ich komme. Warte, ich muss die Zeit anrufen. Warte. Oh, Beppo, du Penner. Als du gesagt hast, warum geht es nicht um mich? Ich wusste so. War ich noch irgendwie frisch? Nein, ne? Ich habe schon einfach mit ihm gesagt. Ist okay, verlaut. Hey, nicht selber gesund. Findest du, dass mir... Nein, schon nicht. Nie gesund, dass dir Haar aus sieht. Ich habe mich noch hinten durch Turnier-Done-Vide-Mache, weißt du? Ja. Hey, da ist Flucht wieder anwarte. Ich gehe wieder bei ihm rein. Turnier-Done-Vide-Mache, turnier-Done-Mache. Was hast du ihr erzählt? Ja. Ja, warte, hat man auch nicht beendet. Warte, machen wir noch mal. Turnier-Done-Vide-Mache, turnier-Done-Mache. Der lässt mich einfach jetzt nicht in Ruhe. Ich zittere, ne? Warum zittest du? Weil mich das zu sauer macht. Das ist meine Aggression. Ja, warte mal. Da ruft mich er wieder an. Warte. Guck dir das an. Cool, wie hat du, Babo? Ich war ja nicht frisch, oder? Ja. Wenn du es aus meinem Stream nicht langweilig. Ich habe nicht frisch. Also ich habe nicht direkt. Ich habe keine Bock mehr da drauf. Ich habe nicht frisch. Ja. Es war nicht fast. Wenn ich einfach im Kopf machen soll, wie das ist, dann ist schlimm. Du hast hier immer gut recht. Ja. so lange gebrät ich wünsche nur alles gut ist so kick du gehst genauso und da bin ich da seht ihr mich will mit der befreundet sehen das so nicht ich will aber nicht du hast alles gut gemacht von den supporten aber wie für seine leute nicht rübergezogen du du hast eine Menge leute die Marcel ist eine Menge leute die Nelo ist eine Menge leute das ist wieder eine Menge leute den dillern als eine Menge leute ich weiß nicht Lo wo ich soll ich nicht übergezogen ja den ähnchen den Schmuck gezogen hast du Gabi wenn der Gabi sich um mich hängt wieso ich dem jungen sohlen nein 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 alles bleibt so wie es ist ich bin nicht 14 jahre ich bin nicht 14 jahre weißt du den Dingen aus den Dingen aus Spakbo der Junge ist nicht einfach weißt du aber wenn ich meine Sprache für zu schwarzen oder zum Beispiel für Motto nur in der französischen Läuft am Anstatt aber warum fährt sich auch immer schwierig im Alter du kannst Puppertal und das gehen natürlich und das ganz so lang weißt du denn heute wie viele Geschwister sind alle drei kommen und sich runter egal ich weiß dass ich immer mit dem Christ gespielt habe und es sind alle mit meinen Schultern nicht mit dem Christ gespielt ich habe mir nicht gesagt das soll das nicht machen weißt du ich fand die Gabi das allein diese Idee und plus mit dem Staff habe ich Dämonisch geschwit du warst den Salver mit dabei weil der Salver hat mich ähm hat mich gezwungen mit ihm zu schwarzen ich war mega rosa mit dem Salver ich war mega gestritten mit dem Salver und äääh ich ist mega übergelegt guckt Leute haben immer geschrieben sorry für alles ich hab mich wirklich furchtbar beim Salver zu streiten und ich sag ihm du musst aufhören zwischen den anderen hier den Scheiß gekommen und und ich weiß wie du hier schon und wir haben hier und ich bin verletzt du bist nicht wie die Batterie du hast keine Freundschaft Fremdschap Ich hab auch nicht mehr drauf gehabt. Das ähnlich ist, das hat mich blassiert. Uns ist so, in der Sommer, das macht der Ruhe. Das blassiert mich einfach. Im Frühstück ist da viel, viel hin so geil. Ich hab schon ihm stundenlang nur gelachtet, wenn hier die Pinstörungen alles. Und das hier kümmern sie mir, ich geh nicht mehr. Ich dachte, ich bin froh, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin schon gut gebrochen. Ja boah, der Twister an allen Zähnen so aus, äh, Dramen. Guck mal, da muss ich ihn einfach drüber steuern. Oh, mein, ich bin gebrochen. Ich weiß immer die Diskussion in einer Art, äh, Züchse ruhen. Dass er in dem anderen, dass er Züchse nicht gönnt und so weiter. Ich hoffe, dass er reinkommt. Ich hab's ihnen erklärt mir, wie er was machen soll, aber... Chris hat mich schon wieder geschrieben. Er hat mich schon versucht anzurufen. Ich hab's ihnen gemacht. Er hat mich schon gemacht. Kann doch nicht so schnell. Er hat mich auch nicht gebrochen. Er hat mich auch nicht gebrochen. Er hat mich auch nicht gebrochen. Das nervt mich. Muss ich einen Holt. Ja, und Hanno sind ja schon geil. Ich habe die Lücke geschlossen. Sollte kein Problem mehr sein. Glauben Sie nicht, was Palner sagt. Er versucht nur, sie abzulenken und sich einen Pfeil verschaffen. Ich kenne das schon, aber das klappt nicht. Er kann irgendwie nicht aufs Handy drauf tippen. Ich gebe nur am nächsten Mal schreiben. Ich gebe nur am nächsten Mal schreiben. Ich gebe nur am nächsten Mal schreiben. Da ist der Bub, da ist der Beste. Da ist er endlich. Wir haben es. Hoi boi! Wie geht's? Ja, mir geht's soweit gut. Danke und selbst. Moin. Ja, mir geht's auch gut. Danke. Ich bin halt nicht mehr in der Wohnung. Das weißt du. Ja, wir müssen die Spiele arbeit nehmen, ja. Warte mal, ich geh kurz mal raus. Ich geh kurz mal raus. Ich geh kurz mal meine Jacke an und meine Schuhe. Das braucht hier keiner wissen. Warte, ich geh kurz raus. Ich geh kurz nur meine Jacke an. Ich geh kurz nur meine Jacke an. Ich geh kurz kurz aus kalt. Aber die hier saufen Leute schon. Bleib auf da, wo du bist. Wann bist du schön grad in der Wärme? ich will ja nicht so munter machen weißt du das ist das problem noch mal kam er an ihr buch wird eine wunderschöne aufstrahlung sehen maschine ja ja genau lasst mich die schlafen heute mama kamera siehst du mich überhaupt ja ich sehe dich aber nur halb ja du musst ja dein handy auch richtig wie macht man wie macht man die kamera wie du vorhin angemacht hast unten da sind doch viel symbole da ist doch mal irgend so ein kamera zu schauen warte hier 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 ist ein mikrofon dann zu diesem flugzeug ja und da ist dann kamera und da ist für eine kamera so ein kontakt ist eine kamera genau da kriegst du drauf da ist der sexy wurde da war das geschaut dass ich aber nochmal da bist du da bist du du playboy genau also roi das mädel hier das ist die kim ja und der hier der unter mir das ist der bebo ja da ist gerade auch am streaming und die hier ist meine chica ich weiß deine chica wie geht's dir wo bist du bist du bist du jetzt gerade in münchen ne ja logisch ich bin quasi bei mir mein zimmer ja wo du damals warst ja logisch und sonst habe ich hier immer noch halb ja gut ich muss ich fand ich von nach hause nein jetzt sehe ich dich ganz jetzt sehe ich dich ganz wieder mach deine augen auf du bist dazu halt es morgen mit seiner italiener mann ihr seid so dumm gegen englern zu gewinnen was war ein guter scheiße jeder hieler digger von den wichsern ist mehr als genug und sonst ähm was was sonst nix eigentlich nichts wie läuft die arbeit gibt nix bei mir nix bei mir nix wie geht's deiner mama ja sie hätte hatte mal wieder wussten und hätte beinah hat sie mal bekommen aber was jetzt ist weiß ich nicht also gehst du dich schon besuchen ja logisch ich war ja ich hatte ja auch eine woche urlaub gehabt da war ich ja jeden tag da ein tag war ich nicht dort war meine schwester dort aber meine schwester dort war mit den kleinen kindern da 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 meine mutter und wüsten und das ganze auslösung wieder fieber bekommen ich fahre bald nach luxemburg ich schaue demnächst so schnell wie möglich ich hab das ein bisschen nur scheiße am laufen hier ja wieso ist bloß ja ja der macht mich stresst du weißt ja selber langweilt mich und ist immer noch am stream so fleißig jo hast du morgen frei nein nein ich muss ich bin die ganze woche arbeiten weil ich bin ich hatte für nächste woche vier tage frei ich hatte letzte woche frei gehabt aber wenn du willst kann ich nächste Woche mal vorbei äh morgen mal bei dir vorbeischauen in der frühe weil ich fange erst um zwei an morgen was du halt wissen willst wenn du das möchtest ich hab damit eigentlich kein Problem weil ich weiß nur sonst nicht wann ich halt wache ja das ist das weil ich auch nicht wie die ausblühen oh man bitte ausblühen hör auf! hör auf! Salvas Namen in den Mund zu nehmen ständig! es reicht! Nein! Hör auf! Diese Stände, du Panda und du! Hör auf! Komm mal! Hör auf! Lass einfach in Ruhe! Sonst kommt Roy! Sonst kommt Roy die Maschine und macht euch alle fertig! Hauptsache alles ist gut! Hauptsache alles ist gut! Bibi, falls du mich hörst, mach jetzt keinen Druck oder so! Sei jetzt nicht aggressiv, sag okay, Frieden, Eierkuchen, damit du hast du deine Ruhe! Du musst mit dir nicht befreundet sein, du gibst, sei doch einfach die Kriegerehe, Mann! Du weißt doch einfach dran! Okay, wir können in Kontakt bleiben, du guckst bei mir ins Film an, ich guck bei dir! Mann, wie zieh, sie ist ja so ein Kleinfänger, der ist genauso groß wie mein Kleinfänger! Ey, ich muss echt mal... Ich muss dir den Vergleich da machen! Du bist mein Finger, schau mal! Du bist mein Finger! Hast du schon das FIFA schon gespielt, Roy? Naja... Ich brauch's mir... Ich brauch's mir nächste Woche... Ich brauch's mir nächste Woche im Monat, wenn ich nach Hause komme! Ich hab's mir nicht mehr geholt! Ich muss schon spielen! Ich muss es mal anspielen, dann kann ich dir mal sagen, wie das ist! Nee, ich weiß es schon! Ich hab's schon gesehen, sie spielt ja selber! Und sie bereut es, dass sie den gekauft! Echt? Gehen Sie rein! Wieso? Sie spielt ja gerne... Ich glaub, das ist kein Fußball! Ich weiß, das Spiel wie letztes Jahr, nur anderer Name! Oh, Pixel! Ist auch da! Hast du deine rufliche Frisur wieder auf? Ich blockiere ihn jetzt, Bibi! Ja, mach! Das reicht jetzt! Ja, ist gut! Shit, mein! So nix passiert! Darf ich dir vorstellen, das ist mein bester Freund, Roy Boy! 089! The King aus München! Hi! Du sagst grad zu Kiwi! Ja! Was geht? Alles gut! Ich hab mich grade ultra aufgeregt, weil Salwa ein Arschloch ist! Ich sag's nicht! Nein, du bist Arschloch, sorry! Salwa, du hast mir den jetzt weitergeschickt, das weißt du! Ich hab ihn nicht weitergeschickt! Doch, Babe! Weil du... 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 Du mit ihm jetzt! Kim, Kim, hier! Kim, Kim! Und deswegen hat er jetzt angerufen! Ich hab nicht gesagt, dass er dich anrufen soll! Ich hab nur gesagt, hey! Wir schreiten euch beiden, ist alles so friedlich! Nein, es ist gar nix friedlich! Warum sagst du sowas? Es ist nicht alles friedlich! Ja, dann... Mal's dir aus, also wie gesagt! Hö, tot und verderb! Tot und verderb! Und, Roy, schützt du mal noch ab und zu in die Gucht? Gehst du da noch rein? Ja, ab und... Ab und... Ab und zu, war am Sonderküttel. Auf die Gucht, also... Nicht mit das mal, was es sonst früher war. Und wen schützt du denn da? Nein, einfach so war ich mal. Ich kenne da einen... Weil, da bin ich manchmal drin und so und so, aber... Da, guckt er diesen Russen an! bitte verrufen mit der ausmann die hübsche erinnert mich an Bitter immer gehalten Stefan Raab ein bisschen so ich werde doch das auch mal so eine Frisur ja oder Dieter Bohlen ich weiß es nicht mehr Stratte Audio Datei ihr wollt meine Recherchen ja ich hab das Sauber wurde vergessen er hat die Server gelöscht alles weg dann müssen wir weiter wir dürfen Parnell nicht entkommen lassen ja jetzt ruft mich der Chris an er ruft er mich an er hat gesagt du wärst schmutz nur dass du es weißt okay nur dass du es weißt du bist genauso schmutzfähig hat er gesagt ne warte ich rufe ihn mal an jetzt geht's ich rufe ihn mal an sag er soll sich von der Brücke schmeißen und uns allen gefallen machen ey nein nein das macht man nicht gib mir sowas auf die Nerven man ich wünsche ihm alles gut auf TikTok ne nicht TikTok kick er ist besorfen der Burma ja dann hör doch auf ständig das Telefon anzunehmen wie geht's dir so was machst du so im Leben wer du was was machst du so im Leben was arbeitest du beruflich gastro gastro bist du koch nein spüler naja finde ich auch interessant finde ich auch interessant jeder fängt mal klein an die brauchst du in der Küche die sind wichtig ja und das ist ja so anstrengend unser Job den hab ich früher auch mal gemacht respekt mir wärs zu körperlich zu anstrengend pixel wie geht's dir man lebt und leidet der pixel hat einfach mal 20 fp mehr mit all seinen lds komm jetzt zu dir wir wissen jetzt auf den fersen mach dich bereit Bibi lass doch jetzt ein Verbot sein lass ihn seinen Rausch ausschlafen es ist wieder Chris Chris ist los Chris hat Jack Daniels sehr sehr nah gesehen heute ich kann den Satz nicht mehr hören du und Panda du und Panda du und Panda mann wir wollen alle Kinder von mir der einzige den ich ein Kind schenke ist ich weiß dass du nicht willst ich weiß dass du nicht willst mh ist wer Roy und die Kimi mhm Roy darf ich dein Kind einpflanzen ich fühl mich so einsam darf ich dich einsam oh Gott das ist ja auch ein bisschen bescheuert oder der war trocken ja weiß wie hast du ein alter Waffe ich glaub ganz stark dann kann ich mir noch weiter reduzieren ihm fehlt deine Nähe Roy er muss geknuddelt werden nein der knoen würde ich nicht immer gerne Geh Roy Geh Roy Geh da mal um 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 Maschine Schau mal wie er da alle wegputzt er redet von Pixel bestimmt auch ich glaube ich sie einfach irgendwo in den wald allein hast du irgendwie kann ich ein zelt irgendwo ausschlagen bei denen ja man eine garage ist groß sagt aber niemanden dass ich bei diesen jedoch in zucht direkt am start wie wir es ist wie ich vorhin zu bettung gesagt habe ich habe keinen bock mal zu streamen wenn das echt so weitergeht dann höre ich auf keinen bock zu stream ich habe echt keine lust problem ich habe kein alleholproblem deswegen ruft er mit 20 roi was machst du was machen was machen machen sachen dort machen ja schwein und sehr zeit noch hab ich noch ich bin ja bei buch manchmal gehen wir nach spazieren na schien ne ich muss luft holen ich bin ja nicht gerade an einer sichere gage ja es ist richtig scheiss kalt draußen ich friere sogar schau in die hand gönn sich einfach ein red bull hey du arschkeige wenn du kommst bringe den red bull mit das ist ein befehl schon mal trinkt noch den zucker frei ich trinke schön monster nächster schmutz 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 ich trinke long life patrickersburg ich trinke gleich noch gold in 100 mit dem schafschiff also was hat er mir wieder hier geschickt und er ist nicht besoffen ich bin besoffen er ist nicht nur mal der brä was mit ihr los sei da hast du bei mir zu hause schläge gebracht oder was ist denn los ich glaube wenn es so weiter geht muss ich schneeanzug anziehen hat ihre wirst du dumm das junge bist du gehindert man jetzt wird die nasch abweisen das damals was langsicht der haupt hast an da ja wo bist du ja da wo du nicht bist ich sehe dich aber keine ahnung wo du deine pfoten wieder hast ich habe den pfoten ich habe die pfoten nirgendwo ich will gerne so gerne mit pixel tauschen als krisinis hast du noch ein bisschen salami italienische salami dazu bruder man hast du beste essen der welt die prinzen rolle eine frage bist du schwul halt den vorigen Hälften in der ich hab noch was beckereck kennst du das oh gott der hat sie das ist getränkt von montana black er kennt es nicht wer kennt es nicht du bist jetzt cool ich will mir sein ich will mir sein sprachnachrichten die letzte und dann höre ich auf ich kann doch halb twitch durchvögeln das kann ihm doch egal sein oder ich sage es dir doch schreib ich ich habe mit dir kein problem aber wenn du ein problem raus komme ich gerne vorbei gerne vorbei ich kann dir sagen wenn Chris schlecht über mich redet und Salva das mitbekommt ich glaube dann zieht er den Körzern Bibi sie sind fertig Salva super und schön siehst du Leute macht Marbenbänder willst auch ein gerne was für Farben magst du ich brauche ähm warte vier Farben rot rot ich brauche zwei Farben rot und weiß rot und weiß kann ich auch machen rot und weiß ich habe mit dir kein Problem ja die Kim möchte einfach nur in Ruhe gelassen werden keine Ahnung was da zwischen euch war mit euch ein aber her auf mich da einzumischen oder sonst irgendetwas aber wenn du mit mir ein Problem hast ist das gar kein Problem ansonsten komme ich dann persönlich vorbei sagst du dann einfach wo du wohnst dann komme ich einfach vorbei und dann klären wir das dann und das hier auch auch gar kein Problem aber mal anders wenn es dir lieber ist dann kein Problem aber es soll keine Drohung sein oder sonst irgendetwas aber ich sage dir auf jeden Fall du brauchst dringend Hilfe mehr sage ich dazu auch nicht ja ich bin ganz normal mit dir und ich rede mit dir ganz normal wenn die Hälfte Bayern Farben haben das passt okay dann sagen wir das doch er will die Hälfte Bayern Farben haben sehr ehrlich bist du Hälfte Bayern Farben haben ja da will der Hälfte Bayern haben der rot und weiß aber Bayern hat doch auch noch blau ja gold blau blau das ist das Bayern ja wenn man auch nöden ausdehnt rot und weiß ich habe auch was goldenes ich kann auch was goldenes das ist eigentlich vom Trikot aus weil vom Trikot aus schau was jetzt hier hier rein hey kannst du mal aufwärts zu naschen alter du mit deinen Pringels hier der nächste ey was sagt ihr mit eurem Pringels jetzt muss ich übertreiben ihr könnt mich alle mal anstellen was sagt ihr jetzt komplette Kiste voller Doritos was sollt ihr machen da flex jetzt ihr kleines Antisider die kommen hier mit Pringels an jetzt fix du überlegst schon was kann ich im Lott sein wie kann ich jetzt jetzt flex du hier mit was ist das das nimmt dir einen Teller raus mit dem Tapas Aprikose der steht auf Aprikose der Roy Boy Roy hast du Geschmack geändert oder was auf Apfel bis auf 40 kein Alkohol mehr doch aber aber nicht mehr so wie früher machst du gut machst du gut man kann ich dir anbieten mit den Farben das ist ein Gold das schimmert nur an Roy aber kein Geld kein Geld willst du nur so nein nur du einfach rot und weiß alles bestätigt ja ok was machst du denn Handgelenk wie du ne schau mal was für ein Gerät der ist Mann der ist ein 2m der ist ein 2m riese ok mach mich besser alles gut schau in die Hand nette ja hock dich mal hin du Gorilla warte noch ich hab ich mir noch warte noch Alter ist echt kalt man der leckt mich ich hab ihn jetzt ich hab ihn jetzt eine Ansage gemacht komischerweise kommt nichts mehr ich find das witzig er hat mir ja auch gedroht er hat mir gesagt ich soll mich nicht trauen schlecht über ihn im stream zu reden weil sonst würde ich mein Wunder erleben Anzeuge raus ganz kurz was einfragen also Frank ja bitte warum dreht sich da beim Chris immer alles nur um einen stream warum dreht sich in Chris Welt alles um mich und Salva und der ist das ja jetzt hat er auch gekert ja weil er denkt weil er nicht vorankommt verstehst du und er ist halt optimiert ich find's super dass Salva und ich noch nicht mal wissen was wo läuft aber die Leute wissen schon alles was läuft ne die die halten für uns ja die Kärze das ist für sensationell aber echt man das ist sensationell wir haben schon Babys gemacht und die wirken wahrscheinlich schon die Arme für uns zu finden Roy du bist Onkel ja ja mach was ich will nicht nicht du zbuck hm ich will nicht du zbuckst deine Kamera ist zu und da meine Kamera säufen ich weiß nicht wo du deine Pfoten hast ja ich hab sie irgendwo irgendwo ich brauche ich dir mal zu ja ja geh mal wieder auf dieses rote Symbol Streaming wo du in den Daumen gegangen da wird nicht onkel bin ich doch drinnen ja dann klick auf ein Bild auf die Kamera von einer von uns ich bin rum ich höre dich doch ich muss dich nur sehen nein du musst ihn nicht sehen erzähl ich dich wieder im Spack ich spür die Liebe denn da muss noch Discoplanung ich denk's dir noch falsch weißt du warum du nix hörst weil er jetzt Stefan wird hm schau rein wie schön sie es mit Gefühl macht dann ein Bändchen halt dein Heu 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 was hast du zu mir hast mit du bist super sexy du wirst du singeln man alter wär ich der Erste der auf dich drauf gesprungen ist blöd sehr sehr schmackert rein ist zu nah oder ist gut ne das passt du bist hübsch ja nur noch kurz zu machen nein passt ich kann ne glatze anbieten ne danke das mal gut sein was hab sie mit was hab sie gegen glatz immer mehr sehen wir so sind wir schlecht du hast immer ein keppi an also ist mega für wen machst du dich jetzt zu hübsch was ist dein intention hier was hast du jetzt davor nein wenn ich hätte das ich weiß ich weiß du hast den indirekte droht du hast den indirekte droht so wie ist dir bewusst und das ist mir wohl dann komme ich persönlich vor und dann klären wir das unter dir auch das ist mir gar kein Problem ne ich mit bitte ich tritt zu wo wohnt der? ne da wohnt in hamburg glaube ich ne da wohnt Frankfurt frankfurt am main wohnt gar nicht wettbefehl ist ich hab uns wissen wenn der babo ist das ist natürlich der ball ja er ist der babo-flätschen du trinkst so viel energy kannst du dann noch nachts noch schlafen natürlich kann ich glauben ich hätte nicht sein wollen kannst du heute noch heute noch noch jackson was kann ich mit nach noch jackson natürlich ob man interessiert ob er wichsen kann natürlich muss man checken ne wir teilen alles zusammen aber du regst dich über das taugummi auf hör auf hör auf ich hab dir das im privaten erzählt das gehst du nicht weiter erzählen ja wir haben verstanden du bist hübschmann du bist morgens also ich muss aber ich fühle dich ich will diese krisis haben vom fix ich muss nur morgen welche holen wegen dem habe ich voll bock auf die ich hab die lange nicht mal gegessen ist es wie die gesalzten oder mit uhrleger noch oder die fest jetzt die classic was du damit machen könntest tipps in die nutella einleiter hast du nutella im go mal was ja keine ahnung oh mein gott pixel ich muss mich jetzt meiner freundin war schön solange es gedauert hat aber schau mal er ruft mich die ganze dann wollte rangehen er liegt die ganze schau mal er hat angst vor dir wenn jeder nachschluss da muss ich auch mal du hast immer ein pixel ist auch ein armband es gibt es nicht immer auf die schwarzen ich glaube ich habe sie schon einmal gefahren ich habe neun gesagt ja ich schenk sie euch ok ich könnte sie für sieben euro verkaufen eine kleine kippen schachte natürlich ein red bull da geht es die ist ausgesagt mhm oh mein oh Gott wie du essen musst schön dass sie es in einem stück geschafft haben sehen sie nach ob Arnell informationen für uns hat rote schädfertigkeit entdeckt wir haben ja auch Winter draußen du kleiner Kasperl Herbst draußen du kleiner Spack das ist aber noch Herbst lang muss man arbeiten all right ich frage er hat uns zwei an bis 10 er wollte auf einen Remote Backup Server zugreifen Backups der gelöschten Daten aus dem Gefängnis vermutlich es wird viel Rechenarbeit nötig sein um den Server zu finden zu hacken und die Dateien selbst zu verlieren wie lange darf sie jetzt dort bleiben wo du gerade eben bist ich habe ein paar Ideen aber seine Uhr wird dabei definitiv helfen lange hast du deine Sachen mitbekommen mitgenommen ich habe alles bestehende Wüte alles mit einer Pendler mhm kleine kleine Hand die du wach nur ab wenn ich dich erwische ich drehe dir den Hals um ich würde ich drehe dir den Hals um mein Bibi würde es dir nicht erlauben ja bitte lässt du meinen Mann in Ruhe danke kannst du ihm eine scheuern aber lass ihn bitte ganz ich muss ich gehe mal einen rauchen wovon ich drehen sein Hals um so spreche ich dir nein ich brauche ihn noch um Kinder zu machen und zu heiraten warum nicht mehr zahl war teilweise wunderbar preuß halber ist der traum schlechthin ist das bewusst wenn du jetzt mit vollem mund redest klatsch ich dir eine schluck runter ich hab doch nichts gesagt du wolltest reden ich hab's dir angesehen irgendetwas stimmt bei dir nicht ich sehe dich schon wieder und ich tue deine anti du hast keine ahnung oder einen bigfoot hände da keine ahnung du kleiner depp mann ich habe das handy ganz normal bei mir auf meiner handfläche liegen du depp jetzt sehe ich dich auch wieder schon meine hände sind hier schon meine hände sind hier du kleiner amt die hier oben hin hier schon wie ist du ja was soll er mell ich ja 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 Hm. Mir geht's gut, er ruft nicht mehr an. Ich leite ihn nächstes Mal weiter zu meinem Bruder. Kann er mit dem Gespräch kommen. Zu mir weiterleiten. Ja. Dann leite ich ihn zu dir weiter. Dann kann er mit dir ein Gespräch führen. Drehst du ihn. Ihm kannst du gerne den Hals umdrehen. Das ist also... Nur zu. Ich bezahle auch die Kaution, wenn du wieder rauskommst. Ich bezahle dir die Kaution, alles gut. Ja genau. Genau. Die Kaution. Ich gebe dir ein Alibi und dann zeige ich dir die Kaution. Was ist das? Ein Duschgel oder was? Haargel. Hm? Sag mir grad nix. Was ist das für ein Duschgel? Schwarzkopf. Haargel. 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 Schön, Roy. Schön. Du bist auch zu teamisch, oder? Ich brauche auch Haargel. Ich brauche auch Haargel. Ich brauche auch Haargel. Jaja, klar. Mhm. Ja, du brauche auch. Was sagst du mir denn da? Wohnungsantrag, oder? Mhm. Das ist doch Wohnungssuche. Mhm. Ja, aber da bin doch ein Sandling. Oh. Dann zieh ich bei dir ein. Nee. Warum? Wir sind dann immer zu trauen. Nee, vergiss es selber. Warum? Wir sind dann immer zu trauen. Das ist eine lange Geschichte. Das erzähle ich dann ein anderes Mal. Ah, wegen deinem Vorfall mit dem Westen. Nee. Nee. Sind bei dir Haustiere erlaubt? Du bist ein Haustier. Du bist ein Haustier. Du bist ein Haustier. Du bist mein Haustier. Also wenn, dann ist er mein Haustier. Du bist ein Haustier. Ja, das wusste ich nicht. Tröse. Jetzt bin ich nicht er. Ich bin nicht er. was ist denn so ein typ was macht der so wer der was ihre droht hat oder so ist niemand einfach genauso wie ich erst eine putzkraft er reinigt abends gebäude wieso du lässt sich unseren kerl drohen jetzt eigentlich noch er hat mich ja bedroht er hat mich selber bedroht weil ich meine die warum lässt du die warum lässt du dich konzern drohen ich ja du ja weil weil ich was soll ich machen man ich bin 160 groß aber ich verstehe nicht warum geht es noch eigentlich ja es ist ein dummer junger er ist besoffen bis zum geht nicht mehr das hat man ja gehört schick mal bitte seine nummer bitte salva das machst du das machst du baby da halte ich mich salva schick ihm über whatsapp deine nummer ach geh schlafen jetzt das ist ein halbes hemd man mit treibau ist nicht so spaß man da ist der stärkste aus münchen ja genau genau ich genau wird nichts machen chris ist ein dummer vogel der blöd redet und nix macht er mit den kraulen wenn er mir noch mal droht dann schicke ich dir die nummer okay er hat ein ein freifahrtschein hat werden wenn er es noch mal macht schicke ich dir die nummer ok royce security nein ich habe ich hatte solche typen die was frauen drohen verstehst du ja ich glaube ich würde sagen salva passt schon auf mich auf dass nichts passiert und das und das geht es mir nicht ja ich weiß was du meinst ich weiß was du meinst das wird schon er ist betrunken guck er ist betrunken morgen wird er sich noch mal männer und witzig entschuldig genau er ist einfach nur betrunken nehmen wir das als ausrede er ist auch gerne besorgen mhm ach salva ist bis zuvor ein laber mag Wo ist Rocky? Der schlägt der Zettel nicht. Oh, kein Rocky. Sag dich, wenn ich hier weg bin aus dieser Wohnung, möchte ich mir auch so eine Bulldogge holen. Unbedingt. Wieso? Ich liebe Bulldogge. Du willst die Bulldogge dir holen? Meine nicht, weil sonst... Deine ist echt mega süß, ne? Ja, genau. Genau. Uff! Ja, ich hab Roy als meine Dogge. Mhm. Kannst du ja nicht noch einen Hund nehmen. Roy ist mein dober Mann. Ja. Bist du dämlich? Ein bisschen, ein bisschen. Erzähl mal, wie geht's Mama? Ja, wie gesagt, meine Mutter geht es soweit ganz gut. Sie hatte letztens mal Würsten und Fieber gehabt. Sie fann so aus, als würde sie wieder Fieber bekommen. Gut. Und... Naja... Jetzt fahr ich nächste Woche nach Hause zu meiner Mutter und schau nach ihr. Sehr gut. Ich bleib wohl wieder nach. Ja, ich guck sein streamig. Er hat ja seine 100.000 Zuschauer. Ich bin... Ich bin... Ach... Ach nee. Wir verfolgen deinen Livestream. Sehr, sehr intensiv. Danke. Danke. Du hast echt viele Zuschauer. Also sind die alle im Lerk? Ja. Ja. Ich glaub, die sind vom Bezirk gestorben. Die haben die streamig eingelassen. Ähm, du wirst lachen. Also, wo ich nicht verstehe, ist bei TikTok hab ich wirklich Leute, die gucken den Stream von Anfang bis Schluss. Ja, das sind die Leute, die eingeschlafen sind am Telefon. Wo ich mir denke, also Streamschauen okay, aber ich guck keinen Stream auf TikTok. Doch, ich mach das auch manchmal. Ich guck immer die Luxemburger, die sich da verkloppen im Gespräch. Hast du das noch nie geguckt? Ja, ja. Der eine da, der immer so... Ich schick dir den morgen mit. War eine Frage, wo ist es bei dir? Denk mal monatlich oder die Wochen? Monatlich. Monatlich. Ja. Bei TikTok momentan hab ich 300 Likes bekommen. Für diesen Likes. Der hat sich nicht mal ausgezogen. Nee. Hallo, das ist ein hübscher, wunderhübscher, schwarzer Mann. Ja, Qualität ist da. Er duftet. Ja, dann kannst du es ja auch machen, weil du bist ein wunderhübscher Italienischer, Mann. Ich würde mir so gerne diese Hautfarbe wünschen. Also Beppo, zwischen dir und Salva sind aber... Welten. Der Beppo. Der Beppo. Der Beppo. Der hat das sein Gesicht ziehen sollen. Seine Augen sind aufgegangen. Das ist der Schensohn. Du hast das mit den Welten rausgehauen, nicht ich. Der Räuber ist der höchsteste von uns allen. Ja, genau. Ich hab die längste Praline. Oh, nee, 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 Beppo. Nein. 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 Und wenn wir essen gehen, werde ich das im Kopf haben. Nein. Nein. Also Beppo, wir gehen jetzt ein halbes Jahr nicht mehr essen, bis ich dieses Bild vergessen habe. Gehen wir nächste Woche Picanha. Nein. Nein. Salva ist vielleicht nächste Woche da oder die Woche danach. Willst du Salva kennenlernen? Ja, das kann ich dir anbieten. Ja, definitiv. Wenn er schon im Lande ist. Wir machen das dann schon. Kommt dann nicht wegen dir. Das weißt du nicht. Glaubst du? Ich hab die Praline. Ich hab Nopse. Was? Muss ich jetzt erst mit dir konkurrieren, Beppo? Ich bin Schneewittchen und du bist ähm. Ich muss überlegen. Bagheera. Komm, Bagheera ist cool. Exel, fertig mit Essen. Ey, wir sind alle fertig. Jetzt fängst du an, oder? Ja, was hab ich hier doch hier rumlegen. Ich hab noch ein paar Chips. Sogar mit Tübeln zu nehmen. Geister. Ja, das sind diese Monster-Mansch. Monster-Mansch. Besser als Pomme-Bären. Normal-Mansch, Monster-Mansch oder die mit Ketchup-Geschmack? Nee, ich mag die Natur. Gott sei Dank. Hättest du Ketchup gesagt, hätte ich dich jetzt gelöscht. Wo ist denn dein Gesicht? Wo ist deine Fläste? Sie steht eher auf Mayo. Aber nur die Italienische. Du suchst es aber auch, wie die. Beppo, warum sitzt du so weit rechts? Warum sitzt du nicht in der Mitte? Ganz einfach. Bist du in der rechten Partei? Ist es das? Das sowieso. Aber... Nee, ich hab noch mein Laptop hier stehen. Und hab ich dann den Blick auf die vier Bildschirme. Aber das sieht voll gruselig aus. Als würde so der Nan hinter dir gleich kommen. Oder Annabelle. Weil das ist so echt dunkel da hinter dir. Ja, und da ist eigentlich noch... Eigentlich dahinter ist mein Schlafzimmer. Da bevor ich noch am renovieren bin. Und die Tür ist eigentlich auf. Wenn jetzt Bränden kommt oder so. Ich krieg so ne Krise. Ich hab mich so erschreckend. Ich seh's ja hinter der Kamera, wenn er vorbeikommt. Oder einer der Ratten sitzt. Ich könnte niemals... Nee, die sehe ich immer da unter die Tür rauskommen. Ich könnte niemals streamen, wenn... Wenn die Tür genau hinter mir ist. Wenn's hinten offen ist. Mag das nicht. Also wenn ich bei Beppo wohnen würde, ne? Und du würdest so streamen. Ich würd dich so... So erschrecken. Aber... Ich würd hundertmal auf Toilette gehen. Nur um dich zu erschrecken. Naja, ich schwöre alles aber. Ich würd... 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 Ich würd mit so ne... Mit so ne... Mit so ne... Waffee. Weißt du? Die... Die Paintball Waffen würde ich da so stehen. Tuck. Ach dey. Was ist los, Susulino? Der ist... Vielleicht schon noch mein Meinung. Was ist da los? Jenna Susulino. Jaja, du bist... Jenna Susulino. Jaja, du bist... Oh, Mann. Oh, dann. Willst du keine Vapes kaufen, Beppo? Mh... In... Zwei Wochen geh ich wieder. Oh, ich fahr immer noch nicht, Mann. Ich hab gleich keine mehr. Ja, ich fang an hiblig zu werden. Du kannst auch ab auch mal so ein Bestand. Die sind wohl nicht zu, oder? Äh... Ich hätte vor zwei Wochen bestellen sollen, aber... Ja, du kennst mich. Mh... Weil ich glaube, die sind sogar billiger wie hier in Frankreich. Ach dey. Ich guck mal. Was machst du es da noch rein? Ich gehst dann... Ich hör doch noch YouTube und... 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 YouTube? YouTube, ja, entschuldig. YouTube. 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 Sehr gut. YouTube. Er... Er hat bestimmt YouTube Premium, du nicht. Ich hab YouTube... Apropos YouTube Premium, mein Freund! Hast du ne Kreditkarte? Wer? Roy. Der Roy. Nee. Nee. Ja, hab ich. Warum? Ich bräuchte sie. Nee. Vergiss es. Ich brauche... Ich muss Einkauf erledigen, Mann, Alter. Ich würd's das ganze so ein paar geben, Mann. Beppo, 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 Dingmann, Beppo würde mich verstehen, Alter. Beppo, würdest du ihm deine Kreditkartendaten geben? Die Sache ist die, ähm, hier in Luxemburg ist es etwas praktischer, weil, ähm, selbst wenn ich ihm sie geben würde, kann er nur einkaufen, wenn ich es über mein Handy nochmal bewillige. Das hab ich mich auch gefragt, ne? Ich muss das akkordieren über meine App, ne? Richtig. Was er da macht. Selbst wenn ich, äh, sie ihm gebe, kommt zuerst ne Benachrichtigung, ob ich das freugeben würde möchte, oder nicht. Ja, aber dann kann ich ihm ja meine Daten geben. So gesehen, ja. Weil danach kommt er eh nicht mehr rein, wenn ich ihm keine, keine Erlaubnis gebe. Genau. Tja, Bibi, Beppo, Beppo hätte ich gerettet, dann machen wir das morgen. Morgen. Ah, ist ja leicht. Eventuell. Weil das Ding, Mann, ich will mir YouTube Premium machen, ich seh's nicht ein, dass ich 120 Euro zahle. Sei nicht dumm. Überleg mal. Ich mach das. Du kannst, äh, die Kosten sind ja nur für, äh, beim Einkauf. Das bedeutet, wenn du deinen Einkauf über VPN über ein anderes Land machst, kaufst du ihn billiger ein. Ja, mach ich ja. Ich mach's ja über VPN. Ich mach's in der Türkei, kostet mich 10 oder 26. YouTube Premium. Ist zu teuer. Geh über Indien. Nein, 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 ich hab grad vorhin gegoogelt, das ist noch günstiger. Also, Indien leider hat, glaub ich, YouTube Premium gar nicht. Habt ihr generell Internet in Indien? Doch, doch, du hast ein YouTube Premium in Indien. Und überhaupt, in Indien ist besseres Internet wie in Deutschland. Ich musste mal googeln. Das ist mir komplett neu. Ich weiß nur, ihr habt das beste Zimt und das beste Carry. Ich will ja diese, dieses, ähm, kennst, kannst du mir diese, ähm, diese Baumrinde besorgen? Wie meinst du für, äh, zwischen den Beinen? Nein, Bruder. Ich brauch keine, ich brauch doch kein Schleifpapier oder so eine Scheiße. Du weißt doch, in Indien gibt's doch diese Baumrinde, hä? Die stimulierende, meinst du? Die man halt in den Mund nimmt. Schmeckt nach Zimt. Ah, die meinst du, die, äh, diese, äh, diese, äh, ja, diese, äh, Stäbe, die man kauen kann. Genau, sowas bräuchte ich. Und ich bräuchte noch so einen für die Zähne, zum Zähneputzen. Genau sowas such ich. Kriegst du die nicht? Kriegst du die nicht? Ich weiß ja nicht, was die heißen auf Amazon. Die finde ich echt gut. Die sind echt effektiv. Das schmeckt genauso nach Big Red. Ja, gibt's aber nicht mehr. Warte, schauen wir mal. Ich muss gucken. YouTube, Indien. Bestimmter Polz hat da, Papo. Ah ja, ähm, ähm, ne, ne, nicht, äh, Schülhurt Presse noch ein paar Verklochen. Ne, äh, sie sind definitiv, ähm, Frankreich mit Billig. Wie so böse Sorten. Du hast verschiedene Sorten, ob, äh, Amazon, wo mir böse wie in Frankreich. Bruder, sag mir, Bruder, sag mir nicht böse. Aber Indien gibt's wirklich hier nicht auf YouTube. Ach, warte. Ich glaub, Shahrukh Khan hat alles gekauft. Lecha, Lecha, shadiadiah. Wie sag ich die Endung bei den, ähm, Domänen bei Indien? Muss ich mal selbst gucken. Ind. Ich glaub, IN. Ich glaub, IN. Ich glaub, die Inder gehen auch mit VPN. Ins deutsche YouTube. Bei denen bist du eine Kühe, ne? Ey, die Kühe sind heilig. Ding, 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 ding. Die machen hier mit nem Pfeil am Hals, damit es halt echt wie Blut rauskommt. Und das trinken sie dann. Natürlich, wenn ich YouTube Indien angebe, das Erste, was kommt, äh, YouTube über, äh, Indien, äh, Premium zu kaufen. Wie viel kostet das denn im Jahr? Könntest du's mal bitte schauen? Ich guck mal, äh, äh. Du wirst doch fucking 10 Euro haben. Bibi, ich würd's über die Ukraine machen, er sagt dir Indien. Was, 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 was denn eine Währung gibt's dort in Indien? Äh, Rupien. Kühe. Wenn ich mich nicht erinnere, äh, 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 ihre Mrs. Rupien sein. Glocken von den Kühen. Yamtalash. Ogsun kameli. Äh, das ist in Arabi. Kleine, die deinen damit, was sie gerade finden. Weißkern, keine Ahnung. mit currybohnen ich werde immer mehr zu dillen die kommen auf den markt und dann 650 für eine rolex ist richtig so die drei monaten kosten 4,50 euro und dem jahr rechten hoch das ist das jahres rupien rupien ich werde ich finde das jetzt schneller als kreppel wie viel hast du gesagt würdest du in der türkei im jahr bezahlen 10,24 euro oder 10,26 euro ja dann wird es eigentlich billiger über die türkei weil umgerechnet müsste es um die 15 euro zahlen ja kostet 1,47 euro pro monat was auch ein schnappchen ist guck einfach luxemburg man diese motherfucker 12 euro frank also dänemark 16 euro wo liegt ein aruba wo ist denn das aruba ja bepper ich könnte dir jetzt für zwecks meine daten geben und dann kannst du es eigentlich nicht machen in youtube machst du mit vpn deutschen dass ich die daten nicht sehe oder was weiß ich mal was du willst oder du wie ich würde dir das geld überweisen über paypal in naturalien ruhig also also beppo beppo musst du bezahlen in geld mich mit naturalien was ist du lieber reden wir grad von liter oder oder reden wir grad vom gewicht ich lass mir noch was einfallen stelle mal vor 1626 kilo gramm tonnen ähm ich habe jetzt also an eine umarmung gedacht du penner ich dachte flüssigkeit soll sie in die damen nehmen in den namen nehmen ich werde oft auf den verarschen kannst aber auch zehn euro an beppo bezahlen jetzt habe ich dich mit was los mal du bist kaputt machen das gebeur ist der steckt jetzt schlafen gehst du heuer machen jetzt können du brauchst man es warst du dich ich darf in fünf stunden ausstehen mir geht es noch besser stimmt aber was also ab und zu im sektor soll ich mit meiner mutter gesteckt um 6 uhr so gut ich mache es aber ich kann ja pannen dann ich stehe um sieben auf ich hoffe nicht ein und dann ich zähne putzen und alles während der pc schon läuft warum ist er jetzt erschreckend ruhig pixel ist erstellt könnte musik hier rein machen warum lässt du den jungen nicht einfach ich kann nicht ohne im augen ja bei nach 10 noch nicht wohl liebst du mich das wollen ja aber nicht aber nicht aber nicht was du denkst ich hab die homo art ich schlafe gut Dich selbst! Ciao, ciao! Tschüüü! Oh, erzähl mir was. Ich hab lange nichts mehr von dir gehört. Was machst du? Wie lange sind jetzt so eine Schamhabe gewachsen? Oh mein Gott. ich hab dich auch vermisst ich hab dich auch vermisst ich hab dich auch vermisst schau mal, schau mal, Bibi, du kannst dich mit ihm französisch unterhalten, der kann auch französisch Geroy, du kannst auch französisch Ich hab's verstanden Roy ist ja bei uns sehr international glaub mir, was den Hauptstädten und sowas angeht oder so Bundesländer, da ist er King Roy, was ist die Hauptstadt von Luxemburg? Keine Ahnung Komm, stell dich jetzt nicht so an Weißt du's? Ja, Luxemburg Du warst doch Maschine, Mann Ich hab das wegen dir, ja Wegen dir ist es mir im Kopf Wegen dir ist es mir im Kopf Was machst du? Ich pack meinen Arbeitscomputer für morgen aus, weil dann kann ich morgen ausstehen, anmachen, duchen und... Ja, aber das ist nicht für das Teil auf den Boden zu schmeißen Kann ich morgen Jackson Hallo 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 Was? Schön sprechen, ja Du kannst ja mitmachen Wann morgen? Ja Sehr gerne Ich bin ja den ganzen Tag zuhause Mit Webcam oder ohne? Wenn dann, wenn dann... wenn dann Lanchern, oh? Komplett Unlimited Sehr gut, alles grüne, freie Zone Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ey, du hast doch gesagt, du hast ja Homeoffice erst am Mittwoch Morgen ist Mittwoch, Bibi Heute ist die Mittwoch, Bibi Ey, ich will echt mal wieder Zeit, dass ich arbeite, ohne Scheiß Geht mir auf den Pist, Mann Der ist wie... wir gehen mir nicht auf den Pist, Mann Ich war richtig vergesslich bei sowas Ich dachte echt jetzt, es wäre nicht Mittwoch Es ist doch... Es ist Mittwoch Ja Ja Ja, weil wir müssen das immer anfragen Mein Chef hat das doch... Mir hat nie erlaubt nichts gegeben Agent braucht Verstärkung Hast du einen Arbeitsrechner bekommen von dem oder hast du dann den Logging-Daten auf dem richten? Ich habe hier einen Laptop bekommen, ja Aber ich schließe das Laptop halt in meinen Bildschirm an, weil ich brauch zwei Bildschirme Ich muss ihn da anschließen, stimmt Ja Und ähm... Ich hab ja auch zwei auf der Arbeit Mein Telefon geht auch hier rüber Lass den Jungen doch in Ruhe Aber wenn man jetzt ganz genau beobachtet, so wie er ist jetzt Ja, ja Hat er nicht Ähnlichkeiten ein bisschen mit Hitler? Nein Du siehst wie Adolf aus Du siehst wie Adolf aus Du siehst wie Adolf aus Geh, geh Geh, geh Geh, geh Stolpern nicht Hey Roy, falls du mich hörst Dreimal schütteln ist Selbstbefriedigung Du sollst nicht so laut sprechen, weil die hören dich Der wohnt doch alleine Er hat vorhin gesagt, du sollst nicht so laut sprechen Ach, brüchelt Er hat ja ein Zimmer bekommen von Ähm... Unseren Arbeitgeber Ich stelle jetzt dann nochmal die Frage Und, wie oft hast du uns geschüttelt? Wenn er sagt mehr als drei Ist das offiziell eine Selbstbefriedigung? Ja, aber du kriegst eine Krise wegen dem Kaugumme Ey, denkst du wir Männer halten uns gegenseitig die Stange oder was ist denn das? Ich bin mir bei dir nicht sicher, wenn ich ehrlich bin Nein Ich lieg doch vor den Schock, Eiler Oder ein Ständer Ne, 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 ne Ich kann nichts machen, bis ihr das Licht wieder angeschaltet habt Lasst euch ruhig Zeit Ich weiß, dass sie gerne die mürrische alte Manchow abziehen Damit mögen sie in der Vergangenheit durchgekommen sein Aber bei mir klappt das nicht Hören sie auch und geben sie den Kanal frei Warum? Wenn sie glauben, sie finden den Server auch nicht der Bezug kleiner Ich war nicht gerne bedroht und ich hab auch nicht mehr so dumme Kommentare Jetzt mal ehrlich, Beppo, er hat echt gesagt, er hätte mir meinen ganzen Erfolg gebracht Was für ein Erfolg Ja Was für ein Erfolg, bin ich hier Monte 2.0, ich hab's verpasst Bravo, sie haben den Sturmschalter gefunden Jetzt suchen sie ein Computer Was? Chris hat hier den ganz kompletten Erfolg gegeben? Ja, er und Steph Durch ihren Support wäre ich soweit gekommen Weißt du die Leute, die ich supportet habe und wir haben den guten... wie soll ich sagen? Beppo? Ja Folgst du Steger TV oder Chris? Nö Okay, ich schreib Marcel morgen noch, er soll den beiden entfolgen Ich schreib jetzt jeden meinen Bruder, ich schreib jeden an, sie sollen ihm entfolgen Ist mir egal, ich nehme meine Leute zurück Du bist doch komplett Kindergarten, was ihr da macht Nö Er hat ja, ich hab ihn seine Leute weggezogen Was für Leute Jana ist meins Loxi ist meins Beppo ist meins Marcel ist meins Ich bin kein Eigentum Doch, du bist meins Ich hab dich abgeleckt Aber schau mal Weißt du, was ich nicht verstehe? Auch wenn man den Support macht, ja Es lass doch einfach die Leute entscheiden, wo sie einfach schämen wollen Und wenn sie halt besser finden, wenn dein Content so scheiße ist, man Ja Dann brauchst du dich auch nicht wundern, warum sie dann nicht zu dir rüber kommen soll Er meinte ja auch, er meinte ja auch, ich hab ja gesagt, ich rede nicht über euch, ihr redet nicht über mich Ja, aber das hast du doch getan Meinte ich, okay, mit wem hab ich denn geredet über euch? Ja Ja Natürlich Ich hab mit dir über sie geredet Außer du hast die Klappe aufgemacht Scheiße, geboten Ich hab mit niemanden geredet, mit wem soll ich dich da reden? Ich mach da niemanden runter Wenn ich einen hoch mache, krieg ich den wieder so schnell wie möglich auf den Boden Ich mach hoch, ich mache wieder lohnt Aber so einer bin ich nicht, möchte ich auch kaum Ich gönn's dir noch voll Auch wenn wir in den Stall sind oder so, dann entfolge ich doch nicht gleich sofort Ich bin doch kein kleines Kind Bestes Beispiel, Michi Ich hab ein Problem Mit meiner Räderanwendung, okay Also ich bin halt mein ich Ich mach's auch für mich Jetzt kommt der lustige Teil Ich hab ein paar Mal Jetzt kommt der lustige Teil Stauschen sie einzig in die Satellitenschüssel damit ihr Pernal Server aufspüren können Rai, wo warst denn du? Rau, Klo Und wie oft hast du jetzt geschüttelt? Keinmal Braver Junge Er hat Helikopter gemacht Hast du Propeller gemacht? Heut's Jusb Yoesb Mein Heut Klo Okay, das ist der Zeitpunkt für mich zu gehen, weil das nicht Männerbesprechen Ja, ich glaube jetzt auch die Einheit Zigaretten hier noch zu Ende und dann will ich auch sagen, hei, hei, hei beste ich glaube ich habe bekommen jetzt von ihm hat mir geantwortet ich habe mit ihr kein problem steht hier wird wörtlich er hat mit mir kein problem weil ich habe ihnen gesagt ich komme du bist doch nicht schüchtern oder dann fangen wir mal bei dir an lektion nummer eins stell du dich mal dann sagst du könnte ich vielleicht zufälligerweise ihren namen haben kannst du kannst du mir die kurze gefallen nun bitte ja schon mal bildet man deutschland gegen mexiko spiel ob die heute nacht spiel oder von mittwoch auf donnerstag spielen heute um zwei uhr die spielen jetzt in zwei uhr in einer halben stunde dann muss ich mir das anschauen hallo du sollst schlafen ja ja machen du kannst es im internet bei amd die richtung dienstag auf die spieler nicht mit auf donnerstag oder in der nacht von dienstag auf mittwoch das ist jetzt in einer halben stunde ach so was hast du mir mit den schicksten er ist untervögelt der gute mein willi braucht wieder liebe er ist untervögelt der gute ja genau genau bei kim würde ich gerne den teebeutel machen was haben die italiener gemacht heute sie haben verloren bei 1 gegen england ich würde bestimmen was willst du machen erklär mir das jetzt bitte teebeutel ja wie ist die fatte teebeutel in uns sondern klein mehrere pappel nein 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 halt die klappe halt die klappe was ist das weißt du auf wen die fatte man den teebeutel mischt ja wie misst du den tee ich will nur nicht voll schießt und du musst da dann an an was ja ah du zappst ja ah hast verstanden den zappt ob ich runter oder mein ja mit teebeutel mit teebeutel mit teebeutel egal ich bring dir alles bei ihm an wenn du sie ausgemacht wenn du so weitermachst machst du gleich die abstinenz und die nonne ich hab so gewollt und ich spiel den doch sehr interessant ihr liebt euch entgegen der rei da musst du jetzt fußball gucken hast du viel zu tun ja ja genau das verdammte signal wechselt unkontrolliert denkst du die gewinnen denn gegen mexiko ja logisch das ist weg sie müssen die schüssel neu ausrichten ich bin das für mich die franzosen werden ein bisschen weg es mächt sich für eine starke tippe es mächt sich für eine starke tippe es mächt sich für eine starke tippe ich mein ja generell in deutschland ist doch keine starke mannschaft man alter die haben die haben beide die haben zwei linke füße bitte Alter den mochen man nicht schuldet man die haben zwei linke füße man die können nicht laufen die laufen man wie Enten ja genau genau bei uns italienern wir laufen alle auf unseren drei Beinen also wie durch noch mein drittes Bein ist ja gebrochen ja aber dir reicht es nicht mein drittes Bein ich sag nur 3 1 england gell ich sag nur 3 1 england aufpassen die regt mich die regt mich um die regt mich um hm ich kann nicht mehr ich hab so Lotto ich kann nicht mehr mir schlecht vor Lotto lachen keine Ahnung ja hm 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 ja ich mach dir das morgen fertig also ich mach das morgen ich mach das morgen hm ok gut ich geb das den salver mit und er geht nehm ich ja mal an oder wie ja er hat sehr viel auf das wort für junge ja ich hab ihn mal weiß nicht warum waren das ich hab ihm mal so eine uhr geschenkt ja ich hab ihm mal so eine uhr geschenkt ja ich hab ihm mal so eine uhr geschenkt ja das war wirklich eine gute das war glaub ich mir Samsung bei 2 oder Samsung hier wurde streich damals hier von Thiel damals neu aus dann hab ich ihn eigentlich gekauft warum bin ich dann haben wollte richten sie sie nochmal neu aus am nächsten tag kauft er sich eine uhr ok von Tommi denk ich mir so what the fuck heiler wüsst du mich jetzt verarschen ne bis jetzt riecht das ich noch und meine uhr hat den Müll geschenkt die du hast sie doch nicht ja genau genau ist das so eine oder wie so ein Sohn ist sie ja sein erster ja sein erster voll der schmerzt ich hab auch eine aber die nervt mich mehr als die sich ne die ist gut wenn du zum Beispiel nicht aufsendig schauen willst oder was und ich möchte mir die äh Ultra Watch holen liebe uhr meine meine die die ich hier habe die hier mhm jetzt bei mir der Alku gefickt wir haben eine gute Verbindung so etwas was bei dir gefickt ist wenn jetzt ja meine ich schuld ich liebe uhren ich liebe uhren weil wir hier nicht nur fühlen ne was sagst du bei mir tschau ne tschau 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 pass auf dich auch bleib gesund mein bester mädlich ja doch Ich komm morgen bei dir vorbei morgen früh. Wann bist du wach morgen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Klingel einfach. Das Spiel ist immer offen für dich. Ja danke, aber ich kann doch nicht einfach... Leg dich mir nicht weg. Ja genau. Genau. Dann kommt noch mein kleiner Susula, da sind wir zu dritt. Achso, dein Hund meinst du, oder? Ja, meinst du. Sein Hund ist Koko Sinfredi. Ey, Mann Leila. Mein Hund? Mein Hund würde dir die Maschine geben, aber anders. Der würde dich wirklich ramsteinen. Mein Hund ist ein Pornostabang, oder? Lass ihn jetzt auch, lass ihn schlafen gehen. Lass ihn jetzt. Du brauchst eine Ente, wie dein Hund. Laut Rose haben die Kieskinder in den Kieskinder gesehen. Das ist vielleicht die beste Chance, die wir bekommen... Ja, Roy, wir wissen alle, dass du hübsch bist, Mann. Wir haben es verstanden, deine Haaren stehen da. Wenn wir sie ein wenig aufscheuchen, müssen die Haare schlafen. Ja, ich weiß nicht, weil ich gestreilt habe, du Zepp. Ja, hast du eine Kuh bei dir zu Hause, oder ich weiß es nicht, Mann. Die sind so richtig schön angesabelt aus. Komm, ich schlafe jetzt. Komm, ich schlafe jetzt. Komm, ich schlafe jetzt. Komm. Ja, dein Wohl. Dann geh ich auch raus. Bruder, das ist mein Server. Komm, geh higher machen. Ja komm, geh du raus, dann geh ich auch raus. Okay. Okay, ich geh raus, Handel, ciao. Ja, ja. Ja, genau, genau. Ciao, gute Nacht. Ciao, Roy. Gute Nacht, Roy. Ich liebe ihn, ich liebe ihn einfach. Ah, den kann man so geil haupten. Viele der dort Ansässigen weigerten sich, ihre Häuser zu verlassen und in Sarah Camps zu ziehen. Wir haben dort Nachbarschaftszentrum gegründet, statt der Regierung zu vertrauen. Die meisten haben nichts überlöst. Mit den Krainers und anderen Fraktionen, die dort Chaos verursachten, war ich dort nie wirklich sicher. Soll ich mal die Späne noch anhören, von Chris? Aber dann sieht er, dass ich sie gelesen habe. Ja, muss ja nicht antworten. Und danach geh ich aber auch bald ins Verhalten. Hat mir geschrieben, ich habe mit dir kein Problem. Okay, jetzt kommt die Sprachnachricht. Aber mit Kim. Ich sag mal so... Ich bin gerne als Paarer. Oder als Weißer. Ich habe gehört, dass die Peacekeeper einen Kontrollpunkt der Rikers einnehmen wollen. Und hier dann sind alle Bescheid. Helfen sie doch und hör dich um die Werkfahrt her. Oh, man. Hey, komm jetzt. Ja, komm jetzt! War bitte. Komm schon raus im Moin! Ich denk hier um alle... Da wo ihr recht hüllt, sagt er ¿ama das? Anhimm jemand denn? Ich fühle mich gegen mich nochmal klar aus. Ich könnte vielleicht hinten an lassen, denn das nicht zu publicist, dass ihnen was, auch needle concerned. cool story tell the game hmmm schau er schreibt mir jeden Abend der Roy, schau was er mir geschieben hat gute Nacht das macht er immer, auch jeden Morgen immer, jeden Morgen hier auch, schau immer auch guten Morgen heute zum Beispiel immer jeden Tag ist es so bei uns schau guten Morgen Morgen schau es ist wirklich so wie du siehst wir müssen nicht viel schreiben und diese Person bedeutet mir echt verdammt viel du musst aber nicht jeden Tag also ich hör auch nicht jeden Tag was von Alexandra das tut mir doch schon das ist für mich schon persönlich wichtig obwohl wenn du guckst guck das ist alles von heute das haben wir an, da haben TikTok geschickt das ist alles von heute aber so viel schreibe ich nicht ja aber sie ist guck ich schicke ihr immer so waschbärbilder ja aber hier steht so oft salva 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 es gibt immer mich ich bin ja die Hauptperson ich bin immer die Hauptrolle Katze 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 natürlich was ist dir die Katze oft englisch Pussy natürlich Katze Nee ihre Katze wurde ja angegriffen da von dem Ah hier war Avi Boah Beppo sei mir bitte nicht sauer aber bei dir ist die Werbung enorm lange die dauert zu lange was hast du da gemacht man ich hab eigentlich pro Stunde nur zwei Werbungen drin aber die sind die Schraube von zwei Minuten wir sind hier auf der Spur Bruder das dauert echt lang da ist man wieder bei dir echt gezwungen dir ein Abo zu schenken kannst du jeden Monat überhaupt aufzahlen mit Witsch ähm ich hab bis jetzt noch gar keine Auszahlungen konnte machen noch nicht? Nö Überlass das mir Oh sie ist schon Er ist tot Sie haben wieder nichts ist der noch wach Wer? Ja Aber fühlst du dich mit meiner Kontrolle? Wie meinst du? Ich mach dich mit meiner Kontrolle Auf Jetzt sehe ich das später dann Sie ihn doch einfach machen was er will Das oder so ja Ja Gott wir werden lauter so beschissene Pannen ausgemacht Ich mach mal Ich mach mal warum ist Marcel nicht da? Das mit Chris wäre für Marcel Die Die Marcel mag Chris überhaupt nicht Wir haben ihre eigene Die zwei haben sich fett in die Haare oder? Das wird Marcel dir erzählen Ja Nix mit mir zu tun So Leute ich geh ins Bett Ich muss wieder gleich aufstehen Schlaf gut Bis morgen Wie lange machst du jetzt noch dort wo? Wie spät ist das? Äh gut Das Problem ist in vier Stunden soll ich mit meiner Mutter frühstücken gehen Ja So gesehen glaub ich mach ich doch Tschau Wir haben alles versucht Wer immer das Netzwerk angegriffen hat wusste was er tut Er hat mitten ins Herz getroffen So das war's dann? Die Division ist am Ende? Wir sind nie am Ende Roy Wir passen uns an und handeln Unsere Not macht uns erfinderisch Treffen wir uns zu einem Strategiegespräch Das ist ein Strategiegespräch Bis zum nächsten Mal Tragbares Gerät erkannt. Danke für Ihre Hilfe, Vater. Danke für das Begräbnis, Herr Michael. Seit der letzten Monat seine Mutter verloren hat, ist er täglich beten gekommen. Ich weiß, dass es ihm viel bedeutet hat, christlich beerdigt zu werden. Natürlich. Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, um unsere Freunde zu ehren, ihrer zu gedenken und zu trauern. Ich wünschte nur, es käme nicht zu oft vor. Ich weiß nicht, ob ich das noch lange durchhalte. Schon viele vor Ihnen haben gezweifelt. Doch Sie haben... Sehen Sie, ob Sie den Anführer finden können. Einladung in die Gruppe eines anderen Agents erhalten. Kürzlich wurde ein JT... Elektronisches Gerät erkannt. ...aus der Notunterkunft in der Nähe angegriffen. Wenn Sie auf der Suche nach Cleaners sind, stehen die Chancen dort gut. Viel Glück. Wir müssen zu dieser Notunterkunft. Das ist unsere beste Spur zu Conley. Die Cleaners wollen, dass alles steril ist. Die Chancen stehen gut, dass sie noch hier sind. Die Cleaners haben einen der letzten JTF-Posten ausgelöscht. Alle tot. Gibt es Berichte von einer Infektion? Keine Spur. Ich dachte, nur darum geht's ihnen. Jetzt, da Conley und Kina im Spiel sind, kann es sein, dass sie die Cleaners manipuliert haben. Wer weiß, wo sie die Cleaners als nächstes hinschicken. Sie haben recht. Wir müssen das untersuchen und nach Spuren von Conley Ausschau halten. Wir sind wohl noch nicht zu spät. Wenn die Cleaners noch hier sind, ist es Conley vielleicht auch. Eintreffende Verstärkungserfolgung. Das ist schrecklich. Nicht anders zu erwarten bei den Cleaners. Durchsuchen Sie das Gebäude nach Conley. Sie ist unser Hauptziel. Gegen ihre Schussfunksignal abgefangen. Nur um sicher zu gehen. Es kann hier alles sein. Ich gehe aufs Dach. Conley ist noch hier. Gehen Sie sofort auf das Dach, Agent. Du bist da. Das war's für heute. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Das ist der einzige Weg. Wir müssen auf das Dach. Die Sprinkler hätten automatisch angehen müssen. Vielleicht haben die Cleaners das Wasser abgestellt. Versuchen Sie es per Hand wieder aufzudrehen. Feuerlöschanlage entdeckt. Feuerlöschanlage entdeckt. Feuerlöschanlage entdeckt. Feuerlöschanlage einsatzbereit. Okay, dann weiter. Feuerlöschanlage entdeckt. Feuerlöschanlage entdeckt. Verbrennt alles. Geht auf Nummer sicher. Ja, man. 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 Und sie ist wirklich so verwinkelt. Ja, man. 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 Da, man. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Feinde kommen näher. Wir wissen jetzt, dass Klajika sehr kurz im Ehre war, aber wir brauchen eine heiße Spur. Suchen Sie die nächste Kirchengemeinde auf. Sie zeichnen die Patrouillen im Gebiet auf und haben vielleicht etwas Nützliches für uns. Das einzige, was etwas schmerzt, ist halt auf meinem Hauptaccount auf der Playzie hatte ich fast alle Achievements gemacht. Alle exotischen Waffen, die auch wo man zusammensetzen musste, die fehle ich zwei auch wieder zusammenbauen, die Hyäna MP. Was ist die denn hier? Schnatterente, genau, die hatte so einen dämlichen Namen. Schöke ich hin, schlaufe ich hier rum. Wir wissen jetzt, dass Klajika vor kurzem hier war, aber wir brauchen eine heiße Spur. Die Reiche sind in die Kirchengemeinde auf. Sie zeichnen die Patrouillen im Gebiet auf und haben vielleicht etwas Nützliches für uns. Elektronisches Gerät erkannt. Kirchhalie Katschika, die Rikers in das Gebäude eingedrungen. Da ist ja JTF-Unterstützung. Anfrage abgelehnt. Alleine schaffen wir das nicht! Sie sollten sich zurückziehen, wie wir. Die Evakuierung wurde angeordnet. Wir müssen es zu Ende bringen. Der Rückzug läuft bereits, da sind jetzt nur noch Nachzüge. Wir können nicht einfach abziehen. Es ist vorbei. Ich will keine weiteren Toten auf meinem Gewissen. Ich hätte es wissen müssen. Bleiben wir, sind wir tot. Gehen wir, sind wir, zünnig. Tut mir leid, Agent. Ich kann nichts tun. Over and out. Fuck. Okay. Da muss ich mich sowieso noch mal schlau machen über die neuen Waffen. Habe ich gar keine Ahnung. Okay. 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 Was ist das? Sie sind zum Hugh-Carrie-Tunnel im Süden gegangen. Ich habe nichts mehr von ihnen gehört. Sehen wir uns den Tunnel an. Im besten Fall kann uns die Patrouille sagen, was sie weiß. Ich habe ein mulmiges Gefühl dabei. Ja, geht mir auch so. Ich habe ein mulmiges Gefühl dabei. Du kannst deinen Einsatz weiterverfolgen. Ich sage nur, dass es vielleicht nicht als Division Agent sein muss, sondern als Faye. Ich kann dich allein nicht schützen. Du hast Rolls, Benitez und Kendo. Das kommt in Zerber für ein Töpfel. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht weiter darum, dass das nicht passiert. Ich glaube, man konnte die Waffen irgendwo sehen. Nein, das ist in der Base. Das ist in der FC Kante. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Vielen Dank. Nein, die Waffe kann ich gar nicht. Die ist später gekommen. Das sieht mir so wie eine MP aus oder so, wenn ich das Bild hier so sehe im Internet. Was war das für eine Waffe? 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 zu haben versuche irgendwie auf text zu setzen aber ich gehe momentan einfach nur mit den mit der rüstung mit hoch später werde ich ja das war überhaupt level cap das weiß ich nicht mehr oder wurde der sogar umgehoben ich habe versucht sie zu erreichen aber kein glück ich fürchte fährt recht aber wir müssen es versuchen okay dann habe ich es noch richtig in erinnerung gehabt dass es 40 waren und wenn man china platt gemacht hat bekommt man ja die uhr wo man dann noch mal die fähigkeiten leveln die stadt wird immer noch von der seuche heimgesucht aber nur bis wir alles dekontaminiert haben und etwas neuem aufbauen ich nicht ja 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 Oh, fuck. Ja, Stufe 1000, das äh, ich glaube damals war ich mal eine Stufe 1000, ich glaube da war ich auch knapps nur so um die 400 da rum. Ja, Stufe 1000, das äh. Eine JTF-Patrouille ist beim Eukary Tunnel verschwunden. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Seien Sie vorsichtig. Kajika hält nach Patrouillen Ausschau. Wir wollen nicht, dass er uns zuerst findet. Echo entdeckt. Das Echo gibt vielleicht Aufschluss über die Patrouille. Greifen Sie darauf zu. Machina. 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 Das war's. 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 Die Klinas waren offenbar fleißig. Generator Firmwarefehler. Wartung wird eingeleitet. Verdammt! Halten Sie die Klinas auf, während Isaac den Generator repariert. Hoffentlich geht das schnell. Die Klinas waren offenbar fleißig. Generator repariert. Stromversorgung wiederhergestellt. Okay, gut. Zurück an die Steuerung und bewegen Sie diesen Kran. Wir haben es fast. Ja, okay. Okay. Aber jetzt müssen wir rausfinden, was in dem Echo ist. Echo in der Nähe entdeckt. 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 Shout auch at росс Heidelitz. Gehen Sie da rein und suchen Sie nach der Ursache der Kontaminierung. Ah, ich kann mich erinnern an diese Mission. Ein Überlebender, Agent, helfen Sie ihm. Die Infektion kann warten. Verschluss ist ja etwas nervös bei der Mission. Wir treten einen kontaminierten Bereich. Das Lüftungssystem muss wieder eingeschaltet werden. Keine Ahnung, wie lange ich hier noch durchhalte. Sieht so aus, als hätte Isaac eine Abluftanlage entdeckt. Sie müssen sie einschalten, um den Rauf loszuwerden. Ich habe das Virus entdeckt. Bleiben Sie vom Raufwerk. Strom fließt. Belüftungssystem aktiviert. Schalten Sie die Krinas aus, bevor Sie Dämmen reichen. Schalten Sie die Krinas aus, bevor Sie die Krinas aus. Schalten Sie die Krinas aus. Ich kann mich auf. Schreiben Sie die Krinas aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Wow 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 Untertitelung. BR 2018 Ich fahre, ich fahre, ich fahre. Ich habe die Position der Kiste. Das Aufräumteam steht bereit. Es kommt rein, sobald Castle gesichert ist. Isaac zieht Daten vom Sicherheitssystem. Vielleicht können wir ein Echo erstellen und herausfinden, was hier passiert ist. Aber das kann dauern. Die Cleaners bekommen Verstärkung. Suchen Sie eine gute Position für den Kampf. Ich fahre, ich fahre. Ich fahre, ich fahre. Ich fahre, ich fahre. Ich fahre, ich fahre. Das war's. Echo wieder hergestellt. Es hat funktioniert. Durch das Echo erfahren wir hoffentlich mehr. Echo in der Nähe entdeckt. Oh, ich bin ja schneller gewartet. 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 Was ist das? Abschalten! Nichts ist das! Ich bin ja schneller gewartet. 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 Die uns weiter zu China führen. Vielen Dank. 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 Feindliche Schockfalle entdeckt. Strom unterbrochen. Dieser Dreckskerl spielt mit Ihnen. Halten Sie sich zurück, Agent. Kajika ist gerissen. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Agent, Sie müssen die Stromversorgung wiederherstellen. In Ihrer Nähe sollte ein Wartungsraum sein. Strom fließt. Ich habe immer noch eine Spur von Kajika. Er geht tiefer nach uns. Bleiben Sie dran, Agent. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. . 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 Der Mist. Sie haben ihn vielleicht überrascht, aber jetzt hat er sie im Visier. Und hier unten hat er die Oberhand. Agent, scannen Sie den Ort und finden Sie raus, wo er hin ist. Leite Gebiester-Scan ein. Karte aktualisiert. Die Cleaners haben sich offenbar vom Hugh-Carrie-Tunnel bis hierher durchgegraben. Die Cleaners-Born-Tunnel? Das gefällt mir nicht. Falls Kajika dort ist, müssen sie irgendwie an der Überschwemmung vorbei. ... ... ... ... Ja, ja, ja. Am besten. 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 Was ist das? 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 Das ist relativ dramatisch, das wird ganz unglaublich in der infrage- Was ist das? Was sind das? Das war's. 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 Sie sind runteriessen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. 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 Oh, okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.